Aber Chat, wir spielen heute eigentlich Mario Odyssey und sind hier gerade nicht in der Therapiestunde. Und wir sind hier angekommen in diesem wunderschönen Sumpf, abgestürzt. Mein Schiff ist kaputt. Bowser, the dickhead, has destroyed my Raumschiff, Diggi. Und Mario ist hier gelandet und muss jetzt hier rauskommen und sein Schiff reparieren. Top, die ganze Zeit nackten Mario mit Cowboy-Hut zu sehen, ja. So, und in dem Gebiet verliert man ja jetzt seine Mütze und da muss man irgendwie einen Teil gleich ohne Mütze machen. Lass heute einfach ganz im Stream ohne Mütze spielen. Als Challenge. Ja, jetzt weg von ADS-Talk. Jetzt rein wieder in Penis-Talk. Mütze! Das Diagnoseverfahren bei Erwachsenen ist actually ziemlich albern, weshalb ich selbst Diagnose auch weniger kritisch sehe. Inwiefern albern? Wo ist Käppi? Ist jetzt natürlich für die YouTube-Zuschauer, ähm, für die YouTube-Zuschauer vielleicht ein bisschen, ähm, random. Aber, Scherz, lass mal kurz einen Poll machen. Der ist ja dann anonym. Oh, warte. Ich kann den gar nicht besiegen. Lass mal kurz einen Poll machen. Der ist ja anonym, Chat. Ja, Poll, wie groß ist dein Penis? Hast du ADHS, ADS? Also nur diagnostiziert, nicht Selbstdiagnose-Chat. Ja, nein. Einfach so aus Interesse. Ist anonym. Wenn das zu unangenehm ist. Zwölf Leute. 13. 13. Stichprobe. Zirka ein Drittel. Ein Drittel meines Chats hat einfach ADHS. Ich dachte, das ist vielleicht eher, eher, eher etwas Geringeres, eher etwas, etwas selteneres. Scheiße, Chat. Ich hab ADHS. Wenn es so oft vorkommt, dann hab ich's auch. Verdammt. Verdammt. Hast du eigentlich schon erzählt, was du in Donnerstag schönes unternommen hast? Ja, Phantasialand war ich doch. Also, ich dachte, sorry. Hatte ich das nicht erzählt? Boah, Phantasialand. Phantasialand. Oh, ich muss ihn jetzt hier wegbomben, ne? So, genau. Ich mein, vielleicht, vielleicht ist das nur Zufall, dass wir hier 30 Prozent... Was sind das für geile Würmer eigentlich? Boah, danke, die Rettung, Digi. Boah, jetzt lass uns den Monde holen. Ähm, vielleicht... Die Würmer sind echt geil. Alter, ich kann die sogar übernehmen. Stimmt, wir spielen ja Mario Odyssey, ne? Jungen, was ist das für ein Clownsgesicht? Sieht ein bisschen aus wie so eine geile Zucker... Zuckerarmband. Würde ich gerne essen. Ich kann meinen eigenen Arsch küssen. Snake. Vielleicht ist einfach nur... Vielleicht zieht einfach nur meine Art Leute mit ADAS an. Und in allen anderen Chats oder so, ist dann irgendwie die ADAS-Rate bei 2 Prozent oder so. Junge, hast du deine scheiß Videos gesehen? Ja, okay, du hast einen Punkt. Vielleicht hast du einen Punkt. Ich liebe den Sound, der ist geil. Und jetzt hier hoch? Bringt mir ja gar nichts. Ich dachte, ich kann jetzt hier wieder hoch oder so. Aber nee. Hä, wofür existiert das hier? Ah, tot. Nein. Oh, gerettet. Jump'n'Run-Meister. Ja, wir müssen hoch, denke ich, ne? Was sind hier für Schmetterlinge? Kann ich hier auch übernehmen? Deshalb auch random Mond, stark. Bis zu 4,5 Prozent aller Erwachsenen leiden an ADAS, laut Google. Aber wir sind hier im Internet und ich könnte mir gut vorstellen, dass bei den Konstant-Online-Leuten ein größerer Anteil ist. Wieso? Wieso haben Leute im Internet eher ADAS? Hey, der hat dir eine coole Mütze. Kann ich da rein? Leute mit ADAS entwickeln sehr schnell Sucht. Achso. Jetzt ist er da vorsichtig nach mir. Wo ist denn der Letzte? Wo ist denn der Letzte? Der hinter oder so? Ah, der hinter. Ah, der hinter. Ah, der hinter. Wo habe ich Kohle übersehen? Habe ich irgendwo Kohle übersehen? Du hast auch, glaube ich, eher einen überdurchschnittlichen Teil an queeren Leuten. Aber was hat jetzt queer mit ADAS zu tun? Seht man ADAS zu queer? Wäre mir neu. Aber es ist eine gute Kombi. Mach einen Test, lass jemanden, der ADAS ist und dich nicht kennt, deine Videos anschauen und dann eine Studie machen, wie viele dir dann folgen. Ich werde mir nicht von irgendwelchen Leuten im Internet sagen, ob ich ADAS habe, indem sie meine Videos schauen. Auf gar keinen Fall. Die gehen in den Vordergrund, aus dem Hintergrund, in den Vordergrund rein. Voll crazy, ey. Jetzt hast du ADAS. Vorbei. Ja, eurer Meinung nach habe ich auch Demenz. No! So weit. Flieg doch nicht. Das ist keine Meinung, das ist Fakt. Das ist Ferndiagnose. Das ist nicht cool. Ich weiß zum Beispiel, dass man so in so ein Nerd-Communities eher Leute mit Autismus trifft, weil das teilweise was mit so Nischenbildung aufgrund von sozialer Ausgrenzung zu tun hat. Vielleicht ist es mit ADAS ähnlich. So, willst du mir sagen, die ganzen coolen Leute, die auf Instagram alle gut aussehen und Sport treiben, die sind alle gesund und haben keine ADAS und alle, die das nicht machen, sind alle krank und haben ADAS. Ich muss aufhören, Videospiele zu spielen, muss mehr Sport machen und dann sagt ihr nicht mehr, dass ich ADAS habe und Demenz habe. Okay, das ist, hier geht es gar nicht weiter. Ich dachte, hier geht es um die Ecke noch weiter. Hoi! Genau, es existieren nur Stereotypen. Jeder mit Autismus mag Modelleisenbahnen. Ja, ich weiß schon, was er meint. Wow. Jeder mit Autismus ist einfach hyperintelligent. Ja, ich bin der Ausnahme. Ich bin einfach nur hyperintelligent. Wieso springt er nicht? Was hält's Maul? Sorry, dass ich halt ein schlauer Typ bin, so. Wow. Wird man hier schon angefeindet, weil man schlau ist, oder was? Sorry. Deshalb bin ich auch immer so schlecht in Videospielen, weil ich, während ich spiele, die ganze Zeit in meinem Kopf, all das hier, was ihr hier seht, als normaler Boden, als hier Pflanzen, als Baum und so, ich sehe das alles in Zahlen. Weil ich die ganze Zeit alles berechne. Ich sehe hier nur Zahlen und Vektoren, okay. Wie holt man den denn hier? Wahrscheinlich kann ich später irgendwie einen Vogel oder so holen. Ja, wahrscheinlich kann ich hier später einen Vogel oder so holen und dann runterfliegen, ne? Ja, tu doch deine Schnauze. Wie man direkt angefeindet, weil man schlau ist. Was berechnest du, wie man in den nächsten Abgrund springt? Genau, unter anderem. Und dann teste ich es halt direkt. Und für euch sieht das aus, als würde ich schlecht spielen. Dabei mache ich halt Stichproben. Ich stelle hier keine Gleichung auf, weil dann seid ihr überfordert. Ich mache hier Gaming, ganz simpeln Content, ja? Ganz seichten, simpeln Content, damit ihr hier nicht die ganze Zeit irgendwie euer Gehirn anstrengen müsst, weil das tut ihr schon im Alltag, auf der Arbeit, in der Schule, ne? Hier ist halt Entspannung. Hier gibt es keine Gleichungen. Der klappt wie meine Mütze! Die ersten Gegner, die man nicht übernehmen kann. Das sind die stärksten Gegner im Spiel. Sogar Bowser kann man übernehmen. Die aber nicht. Kannst du mir Äquivalenz, Ziffern, Kalkulationen beibringen? Ich kann dir gleich eine aufs Maul geben. So. Wie komme ich denn da hoch? Ach, da hin, vielleicht links rum. Ah! Wow. Ich bin wieder unten? Okay, gut, da war ja die letzte Fahne. Ich habe die Fahne oben nicht genommen, ne? Gewalt für die Klicks, hey, let's go. Alles für die Klicks. Ich habe heute chatten ein Video geschaut. Über einen belgischen YouTuber. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Der ganz besondere Pranks hat. Er befüllt so einen 10 Liter Farbeimer mit ganz vielen Sachen. Geht dann in die Bahn. Und kippt das auf fremde Leute. Und rennt dann weg. Der sitzt momentan im Knast. Und was ist da so drin? So Brackwasser, Öl, Ketchup, Hundekot, Farbe. Wow. Weißt du, ob er den trifft? Ja, das ist sehr lustig. Finde ich auch. Das erste, was ich höre, Hundekot. Alles wie immer, ja? Also der Zaubertrank auf andere, hat der Zaubertrank auf andere Leute gegossen, genau. Und das ist richtig widerlich. Imagine, du sitzt in der Bahn. Sieben Uhr morgens, musst zur Arbeit, gar kein Bock. Ganze Nacht nicht geschlafen. Hast deinen Job, hast deinen Chef, deine Mitarbeiter. Kommt ein Typ reingelaufen und kippt dir einfach Öl und Scheiße über den Kopf. 10 Liter. Komplett von oben nach unten. So kann der Tag auf jeden Fall richtig geil starten. Oh, hier ist der Shop. Ah, mit dem kriege ich unten den Stern. Ja, da war auch irgendwie so ein Mann mit einem Kind. Mit seiner Tochter oder so. Und dann hat er dem Mann das ganze Zeug über dem Kopf gekippt. Und dann dem kleinen Mädchen, was daneben saß, dem Eimer auf den Kopf geworfen. YouTube. Chat. Alles wie die Klicks. Das ist ein guter Prank. Äh, hier. Stern. Und den feiert niemand. Alle hassen ihn. Alle hassen ihn. Die hassen ihn so sehr, dass sie seine Familie privat anschreiben. Und den drohen, den ihm was dann zu tun. Alle hassen den. Und der ist jetzt gegen den Knast und hat gesagt, wenn er rauskommt, macht er weiter. Wird noch geiler, hat er gesagt. Sagst du euch, wie der ist? Ich sag's, wie es ist. Der Mann wird nicht lange leben. Der muss nur auf die falsche Person treffen und ist vorbei. Ja, irgendjemand bringt ihn um oder wird ihn einfach fucking... Oh wow, ich bin runtergefallen. Oder ihn einfach rollstuhlreif schlagen, Alter. Wee. Fände ich auch gut, wie das Bahnunternehmen unter seinen Videos... Ja. Das Bahnunternehmen hat unter seinen Videos kommentiert. Und hat gesagt, bitte unterlassen Sie das, sonst zeigen wir Sie an. Man kann nicht einfach sterben und ich bin wieder oben. Kann man nicht verklagen. Ja, wurde ja. Deshalb bist du ja gerade im Knast. Für eine bestimmte Zeit. Aber ja, irgendwann, ne? Du musst ja, um viral zu gehen, musst du halt immer skurriler werden. Weil irgendwann gab's ja schon alles, ne? Oh, der eine fällt hin. Haha, lustig. Viral gegangen. Oh, der andere fällt hin. Und verletzt sich. Haha, cool. So, das gab's ja schon alles, ne? Es muss ja immer irgendwie krasser und viraler gehen, ne? Es muss ja immer alles... Äh, noch was Neues sein. Was noch nie davor existierendes, ne? Und dann passiert irgendwann langsam sowas, ne? Wie? Nein! Wie flieg ich? Massiver Brain Lack gerade. Ich bin gerade auch noch dabei, krass zu gamen, okay? Ich sitze gerade nicht... Ich liege nicht gerade in einem Bett eingekuschelt mit meinen Katzen neben mir und streichele sie und denke mir, hoho, ist der dumm. Ich muss hier gerade noch gamen, okay? Ich habe so viele Reize. So viele Reize hast du in deinem Leben noch nicht erlebt. So viele Reize habe ich gleichzeitig gerade, okay? Ich glaube, das geht so nicht. Das geht, glaube ich, nicht mit dem Vogel. Ich glaube, das geht nicht mit dem Vogel. Ich habe halbe WE geweint, weil ich überreizt war. Aber machen wir jetzt einen Wettbewerb, oder was, hä? Wer war diese Woche mehr über Reize-Chat? Lass uns einen Wettbewerb draus machen! Funktioniert das nicht? Mir geht es am schlechtesten. Nein, mir! Rico, danke für 37 Monate. Und hi. Ich hatte Spätschicht gestern. Er hat Spätschicht, während ich Fahrenheit gespielt habe. Ich glaube, ihn hat es am schlechtesten getroffen. Pass auf. Ich springe runter. Vielleicht hole ich erst Anlauf. Also, nicht Anlauf, sondern fliege erstmal eine Runde. Im Kreis, okay? Noch ein bisschen erstmal an Höhe zu verlieren. So. Ich bin halt am Ende des Tages auch kein Speedrunner, ne? Noch nicht. Ja, vielleicht habe ich jetzt eine zu große Kurve gezogen. Ich glaube, das geht nicht mit dem Scheiß-Vogel. Das ist viel zu eng da unten. Der ist viel zu eng da unten. Aber sehe ich das richtig? Es gibt hier keinen Bosskampf? So, ich habe alle Monde, ne? Wir können jetzt weiterziehen. Kann ich tot übernehmen? Schade. Ja, wahrscheinlich muss ich das eher mit der Schlange machen. Aber ich dachte, vielleicht kann ich das mit so einem coolen Manöver... Buh, 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 ne? Du weißt schon. Lenny, danke für 30 Monate. Oh, der ist wieder repariert. Wie viele Monde brauche ich, um mich zu reparieren? Ich war Donnerstag im Phantasialand. Dachte, ich habe mich versehen, als du mir vorbeigelaufen bist. Nur um jetzt zu erfahren, dass du es tatsächlich warst. Ja, das war ich. 999 Monde brauche ich, um mich zu heilen. Das klingt zerschmetternd. Aber das schaffe ich. Ich habe dich auch gesehen, aber Angst anzusprechen. Wieso? Sprich ruhig an. Ich bin ein bisschen awkward, aber das ist okay. Okay, da sind wir alle. Also ich war, wir sind reingekommen. Wir sind in den Park reingekommen. Runter vom Parkplatz. Rein in den Park. Wir waren 10 Sekunden da. Und es kam jemand angelaufen, hat gesagt. Kegi, bist du es? Bist du der erste YouTuber, den ich je gesehen habe. Alles klar, wir haben es geschafft. Sieht aber nicht gut aus hier. Schau mal. Bowsers Schiff. Auf geht's. Hier war anfangs Regen, ne? Stimmt, man musste, glaube ich, anfangs erstmal irgendwie diesen Boss besiegen. Und dann ist hier Regen weg, ne? Bitte habt keinen Luigi Amiibo, wenn wir uns random treffen. Aber das war, das war die einzige, einzige Begegnung. Aber wie es aussieht, habe ich jetzt erfahren, gab es noch zwei weitere Begegnungen. An dem Donnerstag. Ich habe nur, eine Person hat mich angesprochen. Wo habt ihr mich denn gesehen? Habe ich was Peinliches gemacht? Ich hoffe nicht. Okay, es beginnt. Hier gibt es ganz schön viele fies aussehende Krabbel-Tiere. Krabbelige Tiere. Kann ich denn übernehmen, ne? Ich kann keine Leute ansprechen, weil ich dann spontan das Sprechen verlerne. Ja, genau so bin ich auch. Wenn du mich ansprichst, werden wir beide das Sprechen verlernen. Bist mir aber am Weg gelaufen. In Chinatown, glaube ich. Okay. Bestimmt habe ich dann irgendwie so beim Vorbeigehen irgendwie sowas gesagt wie... Geilomat 3000 hier in Chinatown. Was wohl Stierni von der Taron halten wird? Ja, da war eine Bahn, die Taron, so die geilste dort, weil die so einen super Speedstart hat. Irgendwie der schnellste Start von Mexiko oder so. Und die war den ganzen Tag einfach geschlossen. Weil irgendwie was kaputt war. Dann ging die an. Für so eine halbe Stunde. Wir haben uns direkt angestellt. Die Schlange war halt riesig, weil alle da drauf wollten unbedingt, ne? Und sie den ganzen Tag aus war. Und wir dachten ja schon, komm, scheißegal. Wir waren jetzt überall schon drauf. Dann stehen wir halt jetzt ein bisschen länger. Aber dann können wir wenigstens auf dieser geilen Bahn fahren. Boop, 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 boop. Geil. Ich kann schießen. Und dann standen wir da. Irgendwie 20 Minuten oder so. Und dann haben die einfach in der Durchsage gesagt. Dass dieser Bereich evakuiert werden muss. Junge, was für evakuieren. Nicht irgendwie sowas. Jo, die Taron geht nicht. Bitte verlassen sie die Warteschlange. Heute geht nicht mehr oder so. Keine Ahnung. Dieser Bereich muss evakuiert werden. Bitte verlassen sie. Den Wartebereich. Junge, was für evakuieren. Ich habe bei der ersten Mal Taron geweint. Und lag halbe Stunde auf einer Bank. What the fuck? Was ist denn mit dir passiert? Ich würde ja gerne wissen, was da war. Wieso die evakuiert werden musste. Aber das werden wir wohl nie erfahren. Ich werde keinen Relive-Stream machen im Freizeitpark. Und nicht nur, weil ich das nicht darf, sondern weil ich es eigentlich auch nicht möchte. Schwach und schwach. Ich meine, man braucht so im Freizeitpark was zu drehen. Brauchst du, glaube ich, eine Genehmigung. Ich glaube, man darf nicht einfach so in Parks drehen. Weil das ist ja quasi... Privat. Grünstück. Dagger. Hey! The Panzer. The Panzer. Oh my god, the Panzer. Goomba Mario, run. It's a Panzer. Mario, run. It's a Panzer. Hier kommt der Bosskampf doch jetzt, oder? Nee, an den, den ich gerade denke, der kommt, glaube ich, später. Also ich denke gerade an diesen Panzerkampf. Weil ich glaube, der kommt da unten. Da, wo die gerade waren. Mariah, run fast! Kannst du da jemandem 10 Liter Öl über den Kopf schütten? Boah, das wäre echt ein cooler Prank. Ich glaube, der kommt echt mies gut an. Boah, hier 100 Münzen sammeln. Das wird hardcore. Die Musik ist hier gerade so abgespaced, weil wir vor den Aliens angegriffen werden oder so. Boah, da unten ist doch was, ne? Junge, die Biene kann ja noch richtig Gas geben. Äh, ja, ich hab's nicht geändert. Das ist noch Just Chatting, ja. Und ich denke, du kennst das Spiel, oder? Oder willst du gerne wissen, wie das Spiel heißt? Das heißt, äh, Super Mario Odyssey. Oh mein Gott. Die holen wir uns noch? Zaki-Zaki? Ich glaube, äh, Twitch, äh, geht das komplett an den Arsch vorbei, in welcher Kategorie ich streamen. Ich glaube, denen könnte nichts egaler sein, als in welcher Kategorie ich streamen. Solange ich meinen Pimmeln hier nicht zeige. So. Aber natürlich Dankeschön fürs Anmerken. Natürlich. Aber ihr müsst euch da keine Sorgen machen, dass jetzt ich gebannt werde, deshalb. So. Ich hol hier gar nichts raus. Äh, ging hier nicht irgendwie First Person? Ne, ne? Da ist doch safe was, oder? Ich vermisse Däschke, dann heirate doch, Däschke. Da ist echt gar nichts? Okay. Wäre interessant, Däschke. Junge, die scheiß Fliegen. Wuii. Wuii. So, jetzt kommt Bosskampf, ne? Ja. Hab ich nach all der Zeit gewundert, warum du nicht Däschke heiratest? Ich bin, äh, mega hetero. Ne, ultra hetero bin ich, ne? Mega noch nicht. Ich bin ultra hetero. Da ist er. Okay, der Kampf doch findet unten statt, okay. Dann hatte ich es doch richtig in Erinnerung gehabt. Boah, 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 boah. Boah, 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 boah. Mit Gyro. Gyro only. Boah, das ist so richtig Zelda-like. Boah, 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 boah. Boah, boah, boah. Kann ich das Poster runter schießen? Nee. Uuuh. Uuuh. Aber wieso so viel? Nein, das mache ich. Oh, der bildet ein Herz. Der liebt mich eigentlich. Aber er wird von Bowser besessen und versucht eigentlich, sich zu befreien. Aber ich töte ihn. Das war sein Zeichnen an mich. Mario, bitte verschone mich. Ich liebe dich doch. Und ich habe ihn getötet. Ich bin so hetero, ich könnte einen Kerl küssen, wäre immer noch hetero. Ja, solange du danach halt noch homo sagst, geht das ja, natürlich. Immer schön nur homo sagen, dann ist alles gut. New Donk City, ungeziefer Problem. So, jetzt ist hier eigentlich Tag. Und jetzt können wir jump around, äh, äh, around. Superstar. Boah, ist die geil. Der Anzug ist schon ein Renner. Ein Renner. Let's fucking go. Oh nein. Chat. 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 Oh nein. Gino Fenty. No so Fenty. No so Fenty. No so Fenty. No so Fenty. So schnell? So schnell? Ja, komm. Machen wir einen anderen mal. Racecar! Wieso so gut? Ich muss bis 100 spielen. Jetzt kann Mario Menschen übernehmen. Junge, ist das fucking cursed. Junge, ist das weird. Einen kenne ich noch, Chad. Wartet. Den hier. Den kenne ich noch. Du bist nicht von hier, kann das sein. Du bist nämlich der Erste überhaupt, der sich neben mich setzt. Diese Stadt ist ganz schön einsam. Dank für deine Freundlichkeit. Nimm das hier als kleines Dankeschön. Den kenne ich noch. Ja, dann mach ich dann den Cursor weg. So. Zufrieden. Was wäre blöd? Was wäre blöd, Draghi? Hast du mich blöd genannt? Im Moment haben nur Bauinspektoren zutritt. Du bist nie und nimmer ein Bauinspektor. Okay, hier brauchen wir wieder so Klamotten. Hier, jump around, go around. You're a jumpster in around the city. Ich kann nicht Pauline sein. New Donk City bedeutet mir alles. Ich kann dich gar nicht genau... Du musst unbedingt zum bevorstehenden Festival kommen. Ich möchte dir und der Stadt gerne meine Dankbarkeit mit einer kleinen Überraschung zeigen. Meinst du, du könntest vier Musiker für mich auftreiben, die mich bei einem kleinen Auftritt unterstützen? Wir müssen jetzt finden. Entschuldigung, ich habe das Gespräch zwischen dir und Pauline mitbekommen. Es freut mich zu hören, dass das Festival wieder stattfinden soll. Lange ist es her. Sollte die Frau Bürgermeisterin meine Dienste wünschen, wäre ich sofort dabei. Okay. Das sind die Freundin von Donkey Kong, genau. Also, ist sie ein Furry. Meinte, maybe wäre so eine Queer-Umfrage im Chat blöd, weiß nicht. Was meinst du mit Umfrage? Oh, Hügel? Hier muss ich irgendwie was hinbringen. Bestimmt, oder? Willkommen auf meinem Motorroller-Parkplatz hier auf dem Dach. Cool. Kriege, hast du mal ein Instrument gespielt? Also, so ein Flöten-Profi zu sein? Ja, ich habe früher Gitarre gespielt. Hast du, du meinst hier im Chat einfach eine Umfrage, so wie wir das vorher mit ADS gemacht haben? Ja, können wir gerne machen. Also, äh, aufwachen! Guten Morgen! Ganz anonym. Ganz anonym. Bist du queer? Eine Umfrage. Bist du queer? Eine Minute Zeit. Kannst das bitte definieren? Äh, du hast schon selbst gesagt, du bist super hetero. Du gehörst nicht dazu. Heute Umfrage-Stream, ja. Bidi Bi Biu. Bidi Biu. Bidi Bi Bipi Bipi Biu. Bipi Bipi Bipi. Äh, wenn ihr euch fragt, was queer ist, dann müsst ihr Nein drücken. Weil dann seid ihr es nicht Das ist ganz einfach 60% never Achso 60% nein Okay 40% aber ganz schön viel Ja das stimmt Das stimmt So Und jetzt Die eigentlich wichtige Abstimmung Die wichtige Frage Jetzt aber antwortet wirklich Chat Richtig okay Bist du Furry Ja als ob hier 10 Furry sind Lüge 40% sind viel Ja die lügen bestimmt Also der Chat besteht aus 30% Leuten die unter die ADS oder ADS haben 40% Queer Und dann auch noch jetzt 25% Furries Jetzt Jetzt habt ihr den Knossi Clip gesehen Warte Neue Abstimmung Neue Abstimmung Mal gucken ob ihr den Knossi Clip kennt Durch die Abstimmung So Neue Umfrage Er füllt nicht die Richtlinien Dann machen wir ein paar Sterne So Ähm Chat Bist du ein Hurensohn oder Hurentochter Knossi Knossi hat sich Er hat im Stream Gefragt Seinen Chat Ob er Hurensohn im Chat hat Weil ja Es gibt ja viele Leute Viele Frauen Die Sexwork machen Und Die haben natürlich auch hier und da vielleicht Kinder Ich weiß nicht ob ich den Clip finde Warte Ähm Ich bin ja Hier Ich habe meinen Sohn schon mal gesehen Wenn man mich natürlich auf der Straße sieht Dann sieht man natürlich Ne das ist der nicht Das ist der nicht Scheiße Hier Das ist er Haben wir die Hurensohne heute im Chat Sind welche da Also echte Wo die Mutter wirklich im Laufhaus steht Ist ja ganz normal Ist ja nicht schlimm Ja Haben wir welche da Ich gucke momentan gern die Sendung mit deinem Mutter Reeperbahn Der hatte zwei Wie trocken er das fragt Haben wir eigentlich heute Hurensohne im Chat? Haben wir Hurensohne heute im Chat? Sind welche da? Also echte Wo die Mutter wirklich im Laufhaus steht Ist ja ganz normal Ist ja nicht schlimm Junge 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 Aber Wir haben hier Ähm 26% Huren Söhne Und Töchter Okay Interessante Statistiken Ist ja auch mal wichtig Mal herauszufinden Wie so die Community Hier ist Ist ja ganz wichtig Auf dem Dach Ist bestimmt Musiker Ich will auf jeden Fall alle Musiker haben Bevor wir in die nächste Welt gehen Das wär mir wichtig Auf dem Dach ist ein Musiker, ne? Ne, da hinten ist ein Radio Da ist er Ein Radio ist ja auch ein Musiker, ne? Uh, in den Pool Ein Körper Ein Körper Aber du wusstest doch schon Dass wir ADS Äh, haben und gay sind Ne, also Ja, schon Bei ein paar Aber ich wusste nicht Dass es so viele sind Ich dachte Wir haben hier so Zwei, drei Furries Zwei, drei Gays Das ist ein Laptop Kann ich da gamen? Was ist das? Oh, das sind die Blöcke Die überall hier verteilt sind Jemand Untersucht die schon Ne Ja, ich könnte schon Ich könnte jetzt schon Bei so einer hohen Rate Könnte ich eigentlich schon Mit dem Stream Tag LB Äh LGTBQ Plus Stream, oder? Für echt? Nein Ich weiß nicht Ob es da Regelungen gibt Aber Wo sind die Musiker? Ich bin ja nicht wirklich Ein Teil der Gruppierung Und ich setze mich jetzt Auch nicht so krass Dafür ein Also ich würde schon sagen Ich bin irgendwo Irgendwie ein Ally Aber Ist jetzt nicht so Dass ich jetzt irgendwie Aktiv was dafür mache Oder so Ally Gib mir den Stern Kiki hat Stern gesagt Auch wenn es Beiern Erste Beiern Wann würde man sich dadurch Maybe Pie-Dioten fernhalten? Ja, die Idioten filtern wir ja immer bei den Trash-TV-Abenden aus. Da ist ein Musiker! Wie, wieso ist hier Omega einfach aus Final Fantasy? Oh, lol. Warum der trübe Gesichtskumpel? Kann ich was für dich tun? So, so, die Pauline, die Bürgermeisterin, ist ganz schön geschwitzt, Alter. Ich bin jedenfalls jederzeit... Hau rein, Digi. Bist. Okay, zwei noch. Wir brauchen noch eine geile Posaune. Saxophon, oder wie das heißt, ne? Das Blasinstrument, Digi. Und... Keine Ahnung, was da noch kommt. Vielleicht einfach einen Gitarristen noch? Weil wir haben jetzt nur einen Bassisten. Vielleicht brauchen wir noch einen Gitarristen. Da ist einer. Ja, das ist ein Gitarrist. Alles fit. Puputo, Autogramm, Festival, Paulino. Wow, ich finde die voll geil, Mann. Ich bin dabei. Okay, einer fehlt noch und dann haben wir den geilen Song. Ich habe hier auch die Lyrics. Wir müssen gleich alle mitsingen, ne, Chat? So, wo könnte der Letzte sein? Hier auf den Dächern habe ich ja schon geschaut. Wo ist der Mann mit dem Blasinstrument? Ich denke, er wird irgendwo oben stehen. Wie kurz die Rennedistanz ist, Junge. Wie schnell die alle wegspawnen. Wo bist du? Der ist ein Honigtopf. Achso, das ist so eine Blumenvase. Lol. Wo ist der Saxo-Man? Ja, hübsches Spiel ist es auf jeden Fall. Klar. Fürs Switch-Verhältnis ist er auf jeden Fall sehr hübsch. Aber das Spiel glänzt ja nicht unbedingt mit hoher Texturqualität und oder geiler Auflösung oder geiler Framerate, sondern eher wegen dem wegen dem Artstyle und der Art Direction, würde ich sagen. Pupu! Die am Ende des Tages immer noch wichtiger ist als da hinten. Ist das ein Saxo-Man? Da hinten sitzt jemand, oder? Äh, ist immer noch wichtiger für mich persönlich am Ende des Tages als die Grafikqualität oder? Oder? falling Джoß oder? All die hier an von vers kennst du das jrpg crystal project ich weiß nicht ob es das ist was ich woran ich gerade denke aber das war ist das was tag eins im game es war was somit so einem girl war und so einen gezeichneten stil hatte war das das christel pro jack game ich finde doch hier ist die wirst du denn ich kenne es nicht mehr singen rpg maker game das grenzt es kaum ein ja ich weiß aber mir sonst nichts anderes eingefallen von dem spiel woran ich dachte okay let's go ich hab den text hier chat das unterirdische stromkraftwerk funktioniert nicht ohne strom können wir kein festival veranstalten du kannst dich nicht zufällig mit strom arbeiten aus oder ein bisschen wie ff3 ältere saga games also genau dein ding sagst du liebst doch ff3 ja ich bin halt eigentlich für gas wasser scheiße zuständig nicht für elektrik komme ich hier vielleicht den untergrund sieht so aus wieso fragst du ob ich es kenne spielst du es gerade und findest es richtig geil ich wollte dass dieses jahr bei mir das jrpg sein wird ich wir haben den ersten monat des jahres fast um und ich glaube ich habe in diesem monat kein einziges mal außerhalb des streams spiel gespielt außer mit maiv und dashke bald es geht mit ein gutes jrpg ja ja stimmt wir haben diesen monat einmal die ganz gespielt das new 4 dlc von ff7 stimmt stimmt muss reichen ja für den januar reicht es geht auf jeden fall gut los das jrpg ja ja aber jetzt geht es ja los mit februar chat dann kommen dann voll die coolen spiele wir haben gleich gleich nächste woche grand blue wir haben persona 3 du führst davon nichts spielen fakt ist ich werde auf jeden fall am ende des februars final fantasy 7 spielen das werde ich definitiv spielen da werde ich mir zeit freiräumen egal was kommt ich werde dafür zeit haben also damit aktiviert man die direkt die drehen sich nicht nur einmal im kreis sondern die bleiben für immer an und tippen dankeschön für den gifte zap wow ja das jahr fängt stark an wir haben echt direkt zum start des jahres echt viele krasse banger games aber ich sehe das ich sehe da ein problem für rest des jahres irgendwie wurde für rest des jahres noch also das rest des jahres aber sagen wir mal die für die zweite hälfte so für herbst und winter wird noch nichts krass großes irgendwie bestätigt vor allem von sony nicht ja wukong kommt ja im dingens raus im sommer ja ist klar es ist januar aber trotzdem du weißt ja schon eigentlich wow nein 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 da oben ist ein mond man weiß ja schon so große dinge schon meistens ja ein jahr vorher bescheid oder dass man irgendwie weiß da ist irgendwas in der pipeline oder sowas ne ich meine vielleicht wird ja sowas wie silent hill 2 ein weihnachtsding oder metal gear solid 3 remake vielleicht wird das so ein weihnachtsding philis death stranding 2 darüber hört man ja gar nichts mehr doch jetzt jetzt Ich denke mal, das ist der Bonus-Mond und der richtige Mond ist dann da drin, I guess. Scheiße, 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 scheiße. Nee, ich würde keinen Teknacht spielen. Silksong kommt noch dieses Jahr. Ja, genau. Ich sehe ganz gerne selbst nach, was in meiner Stadt vor sich geht. Das schließt auch das Stromkraftwerk mit ein. Die Freunde von diesem Bowser haben es also bis hier runter geschafft. Genau. Was? Was? Wir brauchen keinen Silksong dieses Jahr, Chad. Wir kriegen doch schon Silksong von den Palword-Entwicklern dieses Jahr in Early Access. Das wird geil. Hades soll doch dieses Jahr auch noch kommen. Da wissen wir auch noch gar kein Datum. Vielleicht ist das auch eher was für hintenrum, das im Jahr. Aber was mich halt immer noch wundert ist, wir haben dieses Jahr nichts Großes von Sony irgendwie. Ich meine, ich glaube, Silent Hill 2 und Metal Gear Solid 3 ist ja, glaube ich, erst mal Sony-exclusive. Aber auch wenn, das sind ja trotzdem keines Playstation-Spiele. Also nicht von einem Entwicklerstudio von Playstation. Und normalerweise weiß man, dass bei Playstation schon mehrere Jahre vorher Bescheid, dass da was ist. Aber momentan ist ja irgendwie gar nichts. Ist ja irgendwie gar nichts. Ui, das sind ganz schön viele Mone. Kriege ich die alle? Wir wissen nicht, woran gerade Sony arbeitet. An gar nichts irgendwie. Wundervoll, Mario. Du bist ein Klempner mit vielen Talenten. Herzlichen Dank. Nun steht dem Festival nichts mehr im Wege. Doch von Sony hatten wir Last of Us 2 remastered. Stimmt, das kam ja diesen Monat, ne? Vielleicht kommt noch dieses Jahr, äh, Spider-Man 2 DLC. Mit Carnage. Okay, Chat, let's go. Ihr müsst alle mitsingen. Sie ist ja, kommt Spider-Man 2 Remaster. Alter, geil. Da steht nicht im Text. No, off to the rails. Don't you know, it's time the rails still sails. It's freedom like I'll never see. No. Don't need bags or pads. Say the word, I'll be there in a flash. You could say my head is off to you. Oh, wo bin ich? Ah, from this great white bag to the world. Jump with me, grab coins with me. Oh, yeah. It's time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. You could say, you could say what? Jump up your castle, sorry way. And it's, and it's swell. Don't fear and shed a tear, cause I'll be your one-up girl. Jump is in the height, high up in the sky. There's no power... What, like dancing? You know, that's you, my superstar. No one else can take me this far. I'm flipping the switch. Get ready for this. Oh, let's do the Odyssey. Odyssey, see, see, yeah. Odyssey, see, yeah. Odyssey, see, yeah. Okay, es muss laufen, oder? Oh, there's inside attacks! A new world's calling out to you. Take a turn off the path. Find a new addition to the cars. You know, there can be near the crew. Wo bin ich? Jump with me, grab coins with me, oh yeah. Come on and jump up in the air. Ja, das ist der gleiche Text, den kennen wir schon. von der Magic Moment, oder? Von der Magic Moment, oder?! What cool. Oh, da kommt gleich Sonic runter! Oh, da kommt gleich los! Geil, Alter. Der Münzenregen. Der goldene Shower. Die fängt ja von neu an. DK! Der Drift King! Die Wacky Worlds, bester Part im Song. Da ist er! Ralf Reichs! So! Ja, ein bisschen Diven in die Menge rein! Guck, guck, guck! Guck, guck, guck! Ich bin der scheiß Superstar hier! Nicht du! Ich bin Mario! Was denkst du, wer du bist? Busch! Was soll ich machen? Direkt? Ah, okay. Wow! Drei Monde! Wahuu! Wie viel Animationenbudget wohl in sie reingeflossen ist. So krass war das jetzt auch nicht. Okay, weiter geht's. Wir gehen schon weiter. Ja, ich mach die Story und dann sammeln wir nachträglich alles. Polarland oder Küstenland? Kühlen wir uns erstmal ab. Das war gerade so nervenaufreibend und dann die hotte Pauline noch. Wir brauchen ne kleine Abkühlung, okay? Okay. Genau, ich will erst die Story verstehen. Wir brauchen einen neuen Anstrich. Vielleicht treffen wir Lukas im Polarland. Bitte nicht. Bitte nicht. Achso, es soll aber doch kein Segel sein oder? Es soll doch eigentlich ein Ballon sein oder? Ballon! Aber mittlerweile ist das quasi ein Segel, ja. Wir waren fahren denn gestern eigentlich. Supergeil. Supergeil! Geschenk vom Turteldee! Bye! Fahrenheit war sehr, sehr, sehr lustig. Ich habe viel gelacht. Okay, wahrscheinlich muss ich erst mal wieder die Story hier machen, damit der Schneesturm weg ist. Wir müssen den orangenen Clan besiegen. Tod. Der Zipper ist kalt. Oh, da ist ein Loch. Kommt dann irgendwann Heavy Rainstream? Ja, machen wir auch irgendwann mal. Irgendwann mal. Oh, stimmt. Das gab es hier. Okay, das ist die beste Welt. The fuck? The fuck? So was gibt es hier? Haha. Der hat einen coolen Udi an. Was für Joshua-Insel. Ich habe die Kartons gemacht. Die durfte ich nicht kaputt machen, ne? Joshua! 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 Ich glaube, da komme ich nicht hoch, ne? Ich glaube, man kann ja nach keinem, nach keinem, äh, Sprung sprungen, keinen Mützensprung mehr machen. Ich brauche die Kartons. Ich brauche die Kartons. Ist wieder weg. Joshua Island, gab es diese Gegner hier? Äh, Gegner einfach. Einfach Gegner. Potschi auf dem Bild da. Ach, du meinst den Doggo? Gab es denn nicht schon den SMB 1? Ja, stimmt. Die Musik klingt so ein bisschen wie Monster Hunter, ne? Der heißt doch Potschi. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich kenne nur Goomba und, äh, Cooper. Wüsste nicht, wo der in SMB 1 wäre, dieser Hund? Der sollst du vielleicht nochmal spielen. Fake Fan. Dieses Ungeheuer hat die leckere Zuckergusstorte gestohlen. Nein! Dann müssen wir uns zurückholen. Das können wir doch so nicht durchgehen lassen. Dieser böse, böse Motherfucker. Kann ich hier wohl klettern, ja. Hey, Sadie, was geht ab? Okay. Sadie, wie läuft eigentlich dein Ding ins? Ähm. Deine Kletterpartie in Elden Ring. Bei dem Elden Ring only, bei der Elden Ring only Up Map. Olden Ring. Olden Burg. Noch nicht mal angefangen. Oh. Ich dachte, du wärst eine ernsthafte Bedrohung. Habe ja nicht mal Dash getraut, sich das zu machen. Meine Zeit wird kommen. Bitte finde schnell die Monde. Okay. Dash gaat aber ohne das Internet verlassen. Noch nicht. Noch ist er da. Also mehr oder weniger. Oh, was ist da passiert? Ach, die Mütze wurde, glaube ich, weggepustet. Dash gegrindet gerade Alan Wake durch. Alan Wake 1 durchgeballert. Jetzt hat er mich in Alan Wake 2 überholt. Gollum hat ihn verändert, ja. Kann ich das hier rausholen? Irgendwie dagegen bouncen? Ne, der muss pusten wahrscheinlich dagegen, ne? Hier. Ach so, ich kann ihn einfach übernehmen. Lolzki. Ja, Lolzki. Ich kann ihn einfach übernehmen. Da ist doch bestimmt oben ein Mond, oder? Nein. Ja, da ist ein Mond, oder? Doch nicht. Doch, da ist irgendwie so ein Kreuz. Das Kreuz markiert die Stelle. Ah, gefunden. Du kannst Gegner übernehmen. Ja, das ist bei Mario Odyssey so. Da kann man die mit der Münze übernehmen. Äh, mit der Mütze, nicht mit der Münze. Also ich muss die nicht bezahlen, also. Ich werfe nur die Münze. Äh, Mütze, nicht Münze. Ist das deshalb, wieso du das Spiel nicht magst, Nego? Weil du nie die Gegner übernommen hast? Was ist denn da? Das kann kein Mond sein, oder? Was ist das dann? Okay, wow. Nee, ist gut, dass ich die nicht bezahlen muss. Genau, Mondsteinflieg und Sieg. Daran kann es liegen, wa? Einfach ganzes Spiel durchgespielt, ohne Mütze. Aus Versehen Challenge gemacht. Ach so, ich muss diese vier Prüfungen machen. Das ist wie bei Zelda. Geht das überhaupt bestimmt? Leute, da haben doch das Spiel durchgespielt, ohne Mütze, ohne Springen, ohne Münze. Ohne, sogar ohne Atmen, glaube ich, hat es jemand durchgespielt, ne? Ohne Spaß. Ja, das hast du ja auch geschafft. Die Challenge. Das stimmt. Bannause. Jemand hat eineinhalb Stunden die Luft angehalten. Das war ein geiler Run. Crazy. Speedrunner sind aber auch echt keine Menschen, ey. Kann man da hinten rein? Tatsächlich. Secret gefunden? Yep. Das geht nicht. Wicke hat das mal ausprobiert. Die Luft anzuhalten bei Mario-Spielen. Aber Claire hat gesagt, jemand hat das geschafft. Du musst dann mal eine Pause übernehmen. Ach, der hat dann laut aufgeatmet, als er Pause übernommen hat. Wir haben wohl die Lunge eines kleinen Mädchens. Hehehe. Zuckergustorte, hab ich gehört. Wohl eher. Schuss in den Ofen. Okay, der war scheiße. Mir ist nichts anderes eingefallen. Ich bin irgendwie nicht auf seinen Kopf gelandet. Digi, entspann dich. Ich hab keine Schlittschuhe dabei. Goofy ist weg. Fucking Goofy, Alter. Auf, du. Wir sollten uns hier safe sein. Oh, 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 oh. Ich kann den Goofy schreien. Das wäre so geil, wenn ich den Goofy schrei könnte, ne? Ich kann den Mario schreien, aber ich kann leider nicht den Goofy schreien. Der Goofy schreien wäre so ein viel geileres Talent, oder? Ja, man muss halt jodeln lernen, ne? Damit man den Schrei, äh, schreien kann. Buh, 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 buh. Nee, der Migi schreie ist nicht so cool. Der Goofy schreie wäre so geil, ey. Der wäre richtig nice. Vic hat no coin, no jump, no damage gemacht. Okay, heirate doch, Vic. Oh, guck mal an. Vic hat so viel Tolles geschafft. Seid glücklich miteinander. Oh, ich dachte, der hat mich erwischt. Genau, Vic soll mal Gras anfassen, so. Vic wolle ja Fick. Ha, so. Ui. Ui. Okay, die müssen mich irgendwo hochheben zu, zu bestimmten, zu einem Stern, oder? Ne, zu einem Mond. Aber das scheint der richtige Weg zu... Sooo. Uau. Oh, 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 oh. Ja, ich glaube, Vic macht momentan eine Pause, ne? Der hat doch irgendwie ein Video gemacht gehabt. Das ist ein Video. Vizyok. Vizyok делает Pause. Ah, hier. Fabian, Dankeschön. Für fünf Monate. Falsche Richtung Meint ihr, meint ihr, Aiblali wurde in der Schule auch immer gehänselt mit Fiktor vor, Fiktentor? Meint ihr, der wurde auch so gehänselt? Safe, meinst du? Weil das klingt schon etwas uniker, die Beleidigung, als zum Beispiel sowas wie... Deniz Penis oder so oder Cedric Fedrick oder so. Aber Fiktor vor, Fiktentor, klingt schon irgendwie sehr speziell. Scheiße, wahrscheinlich muss ich hier Gumbas sammeln, ne? Dominik, dummer Nick. Nico, Fiko. 4 brauche ich hier, ne? Wer heißt denn Timmel? Du heißt, du heißt im Real Life Timmel, nicht Tim. Wie heißt denn Timmel? Ja, ich brauche 4 Gumbas, aber irgendwie ist ja... Ach, da ist doch, da ist wieder Respawn. Ich wurde immer Drachenfrucht genannt. Hey, das ist doch voll geil, oder? Du wirst einfach Drache genannt. Obwohl es nur einen wahren Drachen gibt. Und alles andere sind nur Hater. Ui, da haben wir ihn. Ich denke mal, den Turm brauche ich nicht mehr. Nein, schon Tim, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Achso, ich dachte, du erzählst jetzt wirklich... ...aus deiner Kindheit. Aber da erzählst du wohl eher aus dem Paulaner Garten. Rikifiki, ja, der ist stark. Der ist aber auch echt stark. Aber ey, Fiki wurde ich auch genannt. Wegen Viktor, Viki und dann bist du schon bei Fiki. Okay, ich denke mal, ich muss das Ding kaputt machen hier. Ich wurde mit Dani Sahne gequält. Was ist Dani Sahne? Ich würde dich eher nennen Dani Banani. Oder so. Dani Sahne ist ein Pudding. Okay. Zali Banani. Scheiße. Dani Banani. Hey Quad, was geht ab? Ich habe lange nicht mehr deinen Namen im Chat gelesen. Ich heiße Jacqueline, man muss nicht sagen. Wieso? Was ist denn... Was wird denn aus Jacqueline gemacht? Jacqueline? Jacqueline? Schmacklin? Jacqueline? Jacqueline? Schacke-Line. So, ich habe jetzt alles gesammelt. Wo beginnt jetzt das Rennen? Ach so, einfach in die Mitte rein, ne? Fuck-Line. Das klingt ja richtig scheiße. Ich wurde Sahara genannt. Hey, Sahara ist aber auch stark. Genau, Schacke-Line, Kacke-Line. Oh, Kacke-Line ist stark. Sorry, aber er ist stark. Und auf den bin ich nicht gekommen. Ich bin kein Mobber. Das ist doch alles in der Vergangenheit. Ich wurde doch auch mit meinem Namen gemobbt. Ich heiße Viktor, Leute. Ich heiße Viktor und bin in fucking Kasachstan geboren. Ich wurde durchgehend in der Schule gemobbt. Mit meinem Namen und meiner Herkunft. Gab es hier nicht irgendwie was? Konnte man hier nicht aus dem Ding hier was rausholen? Erik Popi, Erik. Ah, der hat eine coole Sonnenbrille. Wir können das Rennen leider nicht da. Das ist wieder ein Athlet. Ich bin ein Athlet. Ich wurde wegen meinem Nachnamen gemobbt. Und lehne ihn deshalb auch heute ab. Jules. Du heißt bestimmt Julian. Julian. Aber mit Julian bist du doch schon auch durch, oder? Julian Schwulian. Ich fand damals Sammy Deluxe. Aber Sammy Deluxe ist doch nice. Jetzt lass mich mitspielen. Oder muss ich einfach nur durchlaufen? Ich muss wahrscheinlich einfach nur durchlaufen, ne? Es kam bei dir nie Julian Schwulian? Als ob. Dann warst du wahrscheinlich der coole in der Schule. Dann warst du wahrscheinlich der coole in der Schule. Da ist der andere Teilnehmer. Der hat Angst. Leute, der hat blaue Haare. Er ist neurodivigent. Rennen? Nein, ich will nicht. Die anderen sind alle voll Pro. Bist du habe ich nicht die geringste Chance zu gewinnen, Digga? Wenn nur jemand an meiner Stelle antreten würde, dann wäre ich aus dem Schneider. Ich mach das. Ich mach das. Ich mach das. Kinder mobben echt für so eine Scheiße. Banknachbarin von mir wurde wegen großen Händen gemobbt, Junge. Ja, Kinder sind da skrupellos. Ist scheißegal. Die finden immer irgendwas. Wenn du irgendwie aufhältst, dann werden die immer irgendwie was finden. Irgendwas wird immer gefunden. Wenn du keinen doofen Namen hast, dann ist irgendwas mit deiner Nase. Worüber man sich lustig machen kann. Oder deine Lippen. Oder deine Haare. Oder deine Herkunft. Kinder sind da skrupellos. Die finden immer irgendwas. Aber jetzt lass mich doch teilnehmen. Muss ich... Ah, Moment. Ich muss ihn übernehmen. Der hat ja keine Mütze an. Ich bin so dumm. Ich kann ihn wahrscheinlich übernehmen. Ich schenke ihm jetzt Mut. Ich bin da. Ich möchte mitmachen. Der ist schon süß, ey. Traum-Körper. Bei mir waren es meine Augen. Du hast bestimmt wunderschöne Augen. Und deshalb... Die waren alle nur neidisch. Auf deine Augen. Hallo? Okay, let's go! Ah, wir brauchen kein Training. Let's go. Du wurdest gemobbt wegen deinem Cousin. Nicht wegen deinem Auftreten oder deinem Namen. Sondern eher wegen deinem Cousin. Cousin. Cousinion. Ich muss mehr springen, ne? Ja, ich muss mehr springen. Ja, Sieg oder was? Achso, es sind drei Runden. Oh, gleich kriege ich eine Blue Shell, ne? Und dann muss ich Freundschaften beenden. Weil hier enden immer Freundschaften, ne? Juuu, wie hoch! Juuu, wie hoch! Wieso bin ich quasi nur ein Duntendo? Bin ich reich? Wurde gemobbt, weil ich schüchtern und leise war. Ja, das reicht ja. Das ist ja das, womit du dann besonders auffällst. Durch nichts machen und leise sein. Das ist ja auch schon ein besonderes Merkmal. Ist dem Tendo reich? Ich weiß nicht, der hat halt einen Gucci-Anzug. Einen Gucci... Gucci-Sportanzug. LOL, Moment! Ich bin... Achso, nee, okay. Ich wollte es schon sagen. Okay, nee, alles gut. Ich bin erst, ne? Habada, babada, habada! Habada! Und hier gibt es ja noch irgendwie einen Stern, ne? Wenn man irgendwie superschnell ist oder so, ne? Ah, ja! Nämlich! Wahoo! 99% Nintendo LPs werden gute CPM haben. Ist das so? Nintendo Video ist immer eine gute CPM. Ne, ich stehe nicht auf Dixie. Ich stehe eher auf... Holy shit, der ist scheiße. Robertino, Dankeschön für 5 Monate. Danke. Ich bin fertig mit der Welt, wir können zur Küste. Ich sag hier gar nichts, ich trau mich nicht. Ne, ich trau mich nicht. Oh Leute, da hinten ist einfach eine Kiste. Schreib es mir privat. Jetzt können wir ins Kissenland reißen. Bowser, jetzt sind wir auf den Fersen. Okay. Let's go. Mach den Cynthia Ordner auf. Das Traurige ist, ich hab halt wirklich noch den Ordner. Ich erinnere mich an das Cynthiagasm immer unter Fitbox. Ja, da bin ich voll rein, weil ich dachte, das ist cool. Da ist nichts besonderes drin. Ich hab den Ordner mal hier im Stream gezeigt. Da war nichts besonderes. Ne, ich zeig jetzt nicht nochmal. Das war passt. Deshalb musst du in jedem Stream dabei sein. In jedem Stream, wo du nicht dabei bist. FOMO, 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 FOMO. Pech gehabt. Jetzt musst du warten. Ich zeig das immer nur einmal im Jahr. Oh, hier gab's Volleyball, ne? Das war geil. Das Glas ist halb leer. Ich würde sagen, das Glas ist eher halb voll. In dem Ordner gibt's nichts besonderes. Googelt einfach das Cynthia und dann findet ihr alle Bilder, die ich gegoogelt habe. Das ist nichts Nakedai oder so. Das ist einfach nur Cynthia irgendwie mit riesigen Bubsen in Bikinis oder so. Für Hitbox. Das waren für Streams. Oh, Piraten. Ich will aber jetzt Volleyball spielen. Erstmal Volleyball spielen. Das ist das Wichtigste. Boing. Junge. Die Plessy da hinten. Können wir gamen? Das Spiel dort ist, dass wir spannen. Bleiben bereit. Okay, let's go. Wo fang ich an? Sag's mal, kommt auf den Zustand davor an. Wenn das Glas leer war und du es zur Hälfte auffüllst, ist es halb voll. Wenn es davor voll war und du es halb leer trinkst, dann ist es halb leer. Aber es ist ja immer noch halb voll, wenn es halb leer ist. Es ist ja immer noch zur Hälfte gefüllt. Auch wenn du es vorher zur Hälfte entleert hast. Es ist einfach an sich Sache. Wenn du sagst, halb leer, dann bist du ein negativer Blutleerer Langweiler. Wenn du aber sagst, es ist halb voll, dann bist du einfach ein geiler, sympathischer, positiver Dude. Weil du immer nur an das Gute in den Gläsern denkst. Wie spiele ich jetzt die Scheiße? Geht das erst, nachdem das Glas leer ist? Perfekt. 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 Pessimisten sind Realisten. Pessimisten sind Versager. Pessimisten haben noch nie was erreicht. Weißt du, wieso Leute wie Beauty Palace so reich geworden sind? Weil sie optimistisch waren. Allein schon das Wort. Pessimistisch. Das klingt schon wie... Piss dich. Das ist schon richtig scheiße. Lieber Realitätsverweigerer und glücklich sein, als Realitätsfan sein und unglücklich. So. Ich hab's ausgesprochen. Haben wir eigentlich Hurensohn im Chat? Also jetzt so wirklich. Also es gibt ja so Frauen, die halt, ne? Und die haben ja Kinder. Ich komm nicht weiter hoch, ne? Ich sag's, wie's ist, na? Aber mein neuer Lieblings-Twitch-Clip. Ich kenn ihn auch erst seit ein paar Tagen, den Clip. Ich weiß nicht wie alt der ist, ob der schon etwas älter ist oder? Aber ich kenn ihn erst seit ein paar Tagen. Das war viel zu lustig. Davor war es Trimax. Mit... Mh, das scheint's auch nicht so. Wie oft ich diesen Clip im Loop geschaut habe. Mh, das scheint's auch noch nicht so. Mh. 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 da rein in den Pokal. Stimmt, man konnte auch noch diese Fische übernehmen, ne? Da konnte man so richtig geil düsen. Nein. Und dann lädt man hier wieder Wasser auf. Aber tauchen geht nicht, ne? Vielleicht komme ich so hoch. Ne, okay, es gibt eine maximale Grenze. Äh, vielleicht kann ich mit der Feuerblume hochlaufen. Äh, vielleicht kann ich mit der Feuerblume hochlaufen. Ne. Schade. Da muss ich wirklich tauchen und von unten kommen, ne? Ja, sieht so aus. Wieso ist hier eigentlich gerade so eine komische Stimmung? Die Musik ist irgendwie nicht so vorhanden und zwischendurch kommen so ein so ein bisschen gerade Minecraft-Cave-Erfahrung, Alter. Moment, ich bin jetzt einfach nur komplett unten durch. Ich glaube, ich muss die Dinger da oben kaputt machen. Das ergibt Sinn. Das leuchtet so, ne? Und dann öffnen sich wahrscheinlich diese Kanonen hier. Wieso kann ich die geile Schnecke nicht übernehmen? Ist das Lava? Der sieht extrem heiß aus. Das kann ich wahrscheinlich löschen, ne? Hier. Banane! Höh? Vielleicht muss ich dagegen spucken? Ne. Oder ich muss das Becken da oben leeren. Junge, was ist diese Musik? Ich habe irgendein bisschen Angst. Ah, okay, da. Ich habe gehört, wir suchen Diamanten. Und ganz viel Kohle. Und ganz viele Geologen. Und jetzt geht das Ding auf, ne? Ja. Okay. Jetzt können wir auf den Knopf drücken. Und dann... Und dann können wir da durch. Und dann ist es eine Kanone und dann können wir oben den Tintenfisch angreifen. Ah, ne, wahrscheinlich kommen aus den Tröten. Das sind wahrscheinlich gar keine Kanonen, die mich da hochjieten. Sondern da kommt wahrscheinlich Wasser rausgespritzt. Oder doch nicht. Okay. Das ist ein Korfen. Edelwasser. Mein Atze ist Geologe. Die lecken Steine, um zu wissen, was das ist. Ich habe gehört, Steine ersetzen Kaugummis. Stärkerer Wasserdruck könnte uns in die Luft schleudern. Okay. Ja, let's go, Cubic Clasher. Anmachen und rein in die Sucht. Haben wir in den letzten Welten die Souvenire mitgenommen? Ne. Ich mache gerade nur mainly erstmal die Story. Und dann machen wir alles Stück für Stück auf 100%. Boah, irgendwie. Irgendwie habe ich Hunger. res shrink. Und dann geht's. Und dann Economic Summit hat er uns dem Ceifi oder lassen. Und zwar nicht die G freighten sich, damit sind wir auch immer Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 so ich habe mir eine banane geholt und ne kiwi und ihr so du deine wäsche du willst eine wäsche wäsche essen da kriegen die ärzte raus ich brauche noch ein paar eisenerz die musik das ist diese komische welt hier eigentlich ich verhungere im gym du bist hungrig im gym gegangen muss man nicht immer gesättigt im gym sein sondern sonst denn sonst brauchst du keine muskeln auf was ist diese musik ich check sie nicht jetzt hört sie wieder auf ich esse burger und schmiere meine tastatur gerade ein ich werde jetzt nicht zeigen wie weit ich eine banane in den maul schieben kann jetzt ist hier hier ist jetzt ein bisschen musik du kriegst einen euro ich werde kein geld dafür nehmen dass ich mir dinge in den mund schiebe das ist sexuelle belästigung was ihr hier macht ich werde das nicht sehen wie weit ich habe Der Kegge hat es gemacht. Nein, hätte er nicht. Okay, machen wir ein Foto. Der alte Kegge hätte sich nicht bezahlen lassen, dafür, dass er sich was in den Mund schiebt. Wo ist das an Daumen? Aber es gibt noch ein... Ah, da, okay. Ja, wie kommen wir da hoch? Kijk, der hat als normaler Prank gemacht. Prank einfach. Prank. Nice. Danke. Komm schon. Nein! Nein! Sie ist ganz schön sauer. Kann bitte Musik irgendwie anfangen in dieser Welt? Danke. Wir werden es auch nicht klippen. Doch, das werdet ihr. Wir werden Sieger sein. Oh, wahrscheinlich muss ich da rein, ne? Aber ich sag's, wie es ist, Chat. Ich sag's, wie es ist, ne? Dass ich hetero bin, ist ein sehr, sehr großer Verlust für die Welt der Homosexuellen. Ich glaub, ich kann das richtig gut. Ich glaub, ich kann das richtig gut. Ich brauch'n Fisch. Boah! Boah! Was ist das für ein Call? Ja. Tja, haben wir ein bisschen Musik. Nice. Ja, ich esse mit Schale. Hab' ich im Stream festgestellt, dass das geil ist. Vor irgendwie einem Jahr oder so. Hab' ich hier mit euch zum ersten Mal Kiwi mit Schale gegessen. FOMO! Junge, die ist so saftig, ne? Hey, man merkt gar nicht, dass sie so haarig ist, wenn du sie isst. Man merkt das gar nicht. Aber seitdem ich es erfahren habe, dass eine Kiwi-Schale nicht giftig ist, sogar gesund ist und dann auch sogar noch geil schmeckt, ist Kiwi bei mir einige Plätze in der Obstrangeliste nach oben geschleudert. Wahrscheinlich brauche ich so einen Bruder hier, ne? Naisu! Wieso hab' ich Naisu gesagt? Wie Cringe. Bleib stehen! Verbrecher! Ich hab' kein Wasser mehr. Hab' ihn! Hab' ihn! Der hat vom Bohrer rausgeholt. Kein Wasser! Junge, was schießt du da für Dinger raus? Hab' ihn! Halbe Bed-Dragon. Hab' ihn! Ne, er legt noch. Was ist das? Ist das Minen, die er legt? Oh! Oh! Ey, der stirbt nicht. Okay, hab' ihn! Es gibt Bed-Dragon-Merch, so T-Shirt oder was. Die war für viel zu kalt. Die Kiwi war viel, viel, viel zu kalt. Boah! Das hatten wir in den Zähnen. Ich hab' Kiwi mit der Haut gerade gegessen, ja. Ja, mein Obst liegt im Kühlschrank immer. Deshalb die Kiwi war arschkalt. Oh, das war zu viel Kaffee auf einmal. Äh, Kaffee. Zu viel Kiwi auf einmal. Zu viel kalte Kiwi auf einmal. Okay, zwei Monate. Jetzt können wir doch Volleyball spielen, oder? So, können wir jetzt spielen? Nice. Ich bin auf der anderen Seite. War das nicht irgendwie so, dass das irgendwie mit Ding jetzt einfacher ist? Mit, äh, mit Motion Control war das irgendwie voll einfach, oder so. was? Digga. 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 Mit zwei Playern, glaub ich. Ah, weil dann der andere die Mütze kontrolliert, ne? Ich wusste, da gibt's irgendwie nen Trick. Ich muss wahrscheinlich hier auch bis 100 spielen, oder? First Draw! Der war knappi. Oh, der zählt. Der zählt auch! Oh, der zählt! Der zählt auch! Stimmt das mit 50? Ja, da gibt es nur einen zweiten Slot hier. Müssen wir wirklich bis 50 machen? Oder bis 100? Weil mit 50, dann tut es echt weh. Weil ich so knapp verloren habe, ne? Hab gehört, machst du einen Weltrekord? Gibt es da so Leute, die darauf... Okay, natürlich gibt es die. Wieso frage ich überhaupt? Was ist denn der Weltrekord? 11.000! Der Counter geht über... Über dreistellig? Boah, wir sind in den Wolken! Und die machen die Wolken weg, ne? Boah, richtig satisfying, ey. Und der... 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 Der Pilz ist irgendwo hier versteckt. Wahrscheinlich in den Wolken. Oder? Oder? Ja, ich mag die Sub-Raummusik auch. Wo bist du? Zeige dich! Du musst einfach nur Dinge treffen, der tüttelt alle. Boah, ich berät mich auch. Ich weiß, was hier mit Mario passiert. Blackfacing einfach. Vielleicht so seitlich irgendwo rein oder so. Ah, da hinten. Da hinten ist es. Weil da wird der normale Weg sein, ne? Und dann irgendwo links... Da! Gerade. Hab Anfang Dezember eingesendet und vor fünf Tagen so Rückmeldungen bekommen. Für was? Beauty and the Nerd? Machst du da auch mit? Du und Clopper, geht beide rein? Ja. Okay, das war echt ein scheiß langweiliges Sub-Raum eigentlich, ne? Ne, ich hab mich mal bei ProSieben für eine Ausbildung beworben und da müsste man ein Video, wo man sich vorstellt, einsenden. Ah, okay. Für welchen Job bei ProSieben? Ja, ein random Mond. Wow. Anwendungsentwicklung! Kannst du auch Deutsch mit mir sprechen? Haben wir die 200 geknackt? Nein, die 200 geknackt, oder? Ich mach Programme. Ja, siehst du, geht doch. 200! Leute, nur noch 678! Wir haben's fast. Was kommt jetzt? Jetzt kommt die Zuckerwelt? Yeah, schlimmer Land! Nein, ich hab B gedrückt. Es gibt so viele Monde, ja, es gibt wohl, äh, alle. Die beste Welt, die leckerste Welt auf jeden Fall. Schlimmer Land! Was geht ab, Enox? Die haben mich sogar eingeladen für das finale Ausfallverfahren bei denen vor Ort. Das ist jetzt aktuell? Und du arbeitest demnächst vielleicht bei ProSieben? Aber erzähl dir nichts von mir, okay? Weil ich guck ja ab und zu mal hier so Kram von Join, nicht, dass die mich dann löschen. Mann, jetzt ist irgendwie meine Hand die ganze Zeit klebrig von der Kiwi. Schlimmer Land! Da oben der geile Vogel, man, der war sick. Mh, lecker Schmecker! Die Broodals sind wieder am Start! Oh, die Musik ist nice. Sind das Bohnen? Sind das so, so Ekelbohnen? So, Harry Potter, Ekelbohnen? Tomaten! Okay, die Tomaten verwandeln sich einfach in Lava. Oh, lol! Perfekt! War gar nicht geplant von mir, aber hey! Aus Versehen was richtig gemacht im Leben. Hände waschen? Nee, ich mach jetzt das Gamepad einfach klebrig. Ist ja nicht mein Gamepad. Ah! Ah! Nein! Ich lebe! Mann, wieso bist du genau jetzt hier? Ich mach es sauber, okay? Wenn's wirklich klebt. Das ist Zucker, ne? Was ist das denn? Aber ich hab alle gesammelt! Die zählen, ne? Die zählen! Das ist das Wichtigste! Wie komm ich denn hoch? Moment mal, ich glaub, ich erinnere mich. Man konnte die hier übernehmen, die Feuerbälle. Genau, das konnte man hier machen. Das ist geil, ne? Boing! Oh, dann platzt der direkt! Okay. Gut zu wissen, denk ich. Nettes Tutorial! Was mit deinem Pro-Controller? Das geht dich in Scheißdreck an. So. Was mit meinem Pro-Controller ist. Junge, er kotzt einfach. Einfach ich am 1. Januar. Malte jetzt irgendwelche Gang-Signs auf dem Boden, oder was? Starkes Gameplay an der Stelle. Ja, mal den schwulen Fuchs. Starkes Gameplay! Es gibt einen Grund, warum Mario Wanda basically keine Bosse hat. Ja, weil Nintendo scheiße ist. Das ist der Main-Grund. Unter den Käsefelsen! Die besten Bosse gab es meiner Meinung nach in der Galaxy-Reihe. Du meinst, zehnmal denselben Bowser-Kampf? Der war schon insane geil. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte den noch fünfmal machen können. Hallo! 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 Stehen bleiben! Wieso komme ich jetzt nicht rüber? Du! Pimmelgesichtiger! Okay, so. Ja, den Drachen hatte ich noch nicht gehabt. Der kommt ja noch. Die besten Bosse gab es in Mario Land 1 auf dem Gameboy-Expertenmeinung. Nein, das ist kein Koks. Das ist fucking Salz. Weil wir gerade in der Salzwelt sind. Dummbatz. Es gab einen Drachen in Galaxy? Ich habe ihn wohl vergessen. War wohl doch gar nicht so besonders für mich. Drache in Galaxy. Drache in Galaxy. Ein Drache in Galaxy. Ein Drache in Galaxy. Galaktischer Drache. Ein Galaxis-Drache. ein Galaxiöser Drache. Ich glaube, ich habe ihn vergessen. In Galaxy 2. Ein Galaxy-Drache in Galaxy 2. Galaxy-Drache in 2. Boah, ich habe nichts im Kopf. Ist weg. Gelöscht. Alle Mario-Spiele haben gute Bosskämpfe, wo man gegen Bowser Jr. kämpft. Bowser Jr. Kämpfe sind die besten Kämpfe. Oh, Gamba? Wie viel weißt du noch von Galaxy? Also, man ist auf einem riesigen Mario-Cop geflogen. Tim-Tim-Tim-Tim-Tim-Tim-Tim-Tim-Tim. okay hier geht es nicht so dass ich alle treffen kann aber wie hat das gerade funktioniert dass der erste ein mond ist der zweite kein mond ist aber der dritte das ergibt ja gar keinen sinn also wenn der dritte jetzt kein mond wäre oder der erste kein mond wäre okay aber der mittlere ich bin so krass denke der taktik war schon fein aber der fliegt doch gar nicht ganz durch bei der ersten gamba die wir hatten konnte man alle da gab es nur drei da konnte man theoretisch alle drei treffen und habe gesagt du idiot man macht es eigentlich von der seite und dann holt man sich alle gleichzeitig aber so kann man es ja wohl auch machen so und ich so mein gott okay sorry dass ich geboren bin beim nächsten mal mache ich das anders jetzt wollte ich das anders machen aber hier waren jetzt mehrere das geht hier nicht geil das was hättest wein ich bin hier nicht die die weil ihr seid hier die dienen weil ich immer irgendwas auszusetzen habt dann in meinem gameplay ich komme hier mal rein sag so chat hey was geht ab ihr besten menschen der welt und jeder so höhe du hurensohn spiel mal so nicht okay sorry chat und dann so du die war okay mond einfach geschenk du hast mich noch nie in guten menschen gegangen doch gerade eben aber du blendest es aus weil du so so fixiert bist auf negativität ich wollte schon sagen als ob es nichts auf den säulen gibt was sind das einfach gabeln oben oder ist das irgendwie so eine lava scheiße ist eine ganz normale gabel mit gesicht das sieht irgendwie so aus wie lava oder so leck ihn an nein ist lava das tut weh dann kann mario nie wieder was schmecken dann ist seine zunge verbrannt seine nerven alle tot und er kann nie wieder leckere spaghetti essen carbonara ne leck du doch boah jetzt spaghetti wär geil ne das stimmt wär ich auch wär ich auch bei die spaghetti die sie bei dingens gegessen haben bei kampf der reality stars die hätte ich jetzt gerne wo die einfach so mit der mit der hand so reingegriffen haben und das so ein maul geschoben haben so würde ich jetzt gerne spaghetti essen wär schon so ein traum oder oder spaghetti fd pass du hältst jetzt deine scheiß fresse was ist dein problem hä hör auf mit deinem scheiß rage bait scheiße jetzt ist mir schlecht als ob du nichts spaghetti so essen wollen würdest das ist doch voll geil ach man kann da nicht rein wow fd jetzt lacht er sich da ins fäustchen weil sein rage bait geklappt hat Muss ich hier wieder einen Turm bauen? Ich glaube nicht. Ich esse gerade vegane Corton Bleu, welches innen kalt ist. Dann lege ich es doch wieder zurück in die Pfanne oder in den Ofen. Ist das Käse? Kann man den essen? Der sieht so essbar aus. Und irgendwas sagt mir, man konnte das wegmachen. Oh, vielleicht brauche ich den Bruder hier mit den Pfannen. Jo, der hat ja eine megacole Frisur gehabt. Okay, man kann den Käse wegmachen. Jo, der Spam. Die Menschen, die werden Hammerbrüder, werden alle so drauf. Genauso. In jedem Mario-Spiel. Hey, es geht was, genau. Chef Koch, komm ran. Ich bin einfach der Pfannenbruder, ja. Ja, da oben ist ja was. Das sieht mein geschultes Auge. Ohne überhaupt hinzuschauen. Oh, der miese Motherfucker. Aber wie soll der denn bis hier hinkommen mit seinen Bananen? Der kann doch gar nicht so hoch springen. Springen. Ich muss von hier, glaube ich, das machen. Ey, bitte. Nein. So, jetzt. Hab's. Rätsel gelöst. Okay. Stimmt, der trägt Marius Mütze so seitlich. Der süße. Ja, hui. Ja, hui. Ja, hui. Weil ein Rebellis. Der ist cool. Der hätte mich damals in der Schule Fiktor genannt. Nein. 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 Wo sind die ganzen Monde? Muss ich jetzt jeden Käse hier weghauen, oder was? Okay, da ist noch einer. Zwei Stück fehlen mir noch. Ja, okay. Hier wahrscheinlich einer. Doch nicht. Was ist das? Was ist das? Oh, was ist das, wenn es da oben drin ist? Ist mir langsam hier alles ein bisschen zu gefährlich. Da hinten ist einer drin. Denk ich mal. Ja. Kann man nicht vorstellen, dass es hier ist. Das ist ja doch nicht der Random in einem Block drin sein. Never. Habe ich eine andere Wahl? Ich denke nicht. Ja, da ist noch irgendwie eine Plattform. Da ist es. Da ist es. Ah, Miyamoto. Da hat er mich wieder rangekriegt, die miese Sau. Da hat er sich wieder ins Fäustchen gelacht, ne? Dann sitzt er gerade da zu Hause und lacht, ne? Achso, hier geht es gar nicht weiter. Los, okay. Ja, Damage-Must ist wichtig, weil dann ist man schneller. Man ist schneller als springen. Dann ist man schneller als mit springen oder laufen. Deshalb mache ich das immer so an der Stelle. Kann ich das einfach so kaputt machen hier mit meinen... Ich weiß nicht, wieso ich die ganze Zeit die Pfannen Bananen nennen möchte. Wieso würde ich bei Pfannen Bananen... Schon wieder fast gesagt. Ich würde gerade sagen, wieso würde ich bei Bananen immer Bananen sagen. Bananen! Ja, ich denke mal, der wird sonst nichts anderes drin sein. Oh, da oben ist einfach ein randomer Mond. Da oben auf dem Däch. Däch einfach. Bananen-Psychose. Heute bist du bei der 1.12.2020, ne? Wo wart ihr am 1.12.2020? Ja, meine Playstation... Och, meine Playstation. Meine Switch ist gerade so eingestellt. Jedes Mal, wenn du hier einen Mond bekommst, steht da ein Datum. Ist mir gerade wieder eingefallen. Dass mein Datum irgendwo in der Vergangenheit ist. Nein, du warst nicht vor meiner Haustür. Das ist ne Lüge. Wie kommt man denn da hoch? Vielleicht auch fliegen. Irgendwo später kann man fliegen. Mit nem Charakter. Äh, mit nem Charakter. Mit nem Flugdrafen. Ne, ist zu hoch. Woher willst du das wissen? Ja, weil... Ich am 1.12.2022... Äh, 2020... Äh, vor meiner Tür war. Und du warst ja nicht. Nein! Hast du mich verpasst? Ne, ich war den ganzen Tag draußen. Vor der Tür. Der 1. Dezember... Äh, der 1. Dezember... Ist bei mir immer... Wow. Der 1. Dezember ist bei mir immer halt der Tag... Wo ich immer den ganzen Tag draußen verbringe. Vor der Haustür. Mache ich immer halt... Einmal im Jahr, um mich zu erden. Und das ist halt bei mir immer der 1. Dezember. Und das ist halt bei mir immer... Wow. Ne. Wie hab ich den getötet? Warum hast du dann gestreamt? Ich hab am 1. Dezember 2022... Äh, 2020 nicht gestreamt. Wo wohnst du einfach so, Alter? Wo wohnst du? Warte, schickadressen. Soll ich GPS-Daten schicken? Oh mein Gott. Ja, um nicht abzuheben, genau. Ich muss das doch so machen. Oh mein Gott. Er ist genau am Rand gewesen. Der dumme Versager. Dumme Scheißmünze. Muss ich das anzünden? Quasi da so reinjumpen? Ich brauch mehr Anlauf. Das ist jetzt... Piu, 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 piu. Tatsächlich. Ich seh ne Feuerschale, ich zünd sie an. Ich bin Zelda-Gamer. Since 1991. Cringe. Vielleicht kann ich hier so ein bisschen Anlauf holen. Ich drücke immer die falsche Tasse zum Aussteigen, ne? Was ist jetzt wieder hier? Hallo! Hallo! Tschüss! 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 Pfff! Jetzt war ich da und der fliegt einfach vorbei. Jetzt komme ich da nicht mehr ran. Bitte, Mario! Ich flieg gleich aus. Jetzt hat er den Hut nicht geworfen. Jetzt hat er den Hut nicht geworfen. Jetzt hat er den Hut nicht geworfen. Ich hasse dieses Spiel gerade so sehr. Haps! Reden wir nicht drüber, vergessen wir es einfach. Ich möchte darüber nicht reden. Okay, Thema beendet. Stark! Uiuiuiuiui! Uiuiuiui! Was ist das denn? War da was? Wo war was? Ich dachte ich kann so entkommen. So, wo ist, da ist er wahrscheinlich, ne? Der versteckte Mond. Oh Leute, meint jemand kann da schwimmen? In der Tomatensoße? In der Tomatensoße? Das wär stark oder? Tatsächlich! Oh mein Gott! Ich hab's mir so schwer gemacht! Man kann eine Tomatensoße schwimmen! Nein! Ja, ich weiß nicht wieso ich hier unbedingt rüber wollte. Wegen scheiß Münzen. Was? Hat mir den Chat vorweggenommen? Was? Wo stehts Laufen? Wow. Wow! Blut veränder ich die Brau jätte. Nicht so Ứ rüber. Come hypotheses! ich glaube wir brauchen gleich eine kleine pause ich glaube wir brauchen eine kurze pause irgendwie sieht das pinke zeug aber auch echt nice aus geschafft das ist auf jeden Fall eine sehr heiße soße das steht fest was für eine eine pinke soße was könnte drachen frucht soße dragon fruit sauce das typische backseat gaming wenn du nicht drei sekunden auf eine lösung kommst ach so ich brauche hier einen käsemann peach käsemann von da ganz hinten soll ich den käsemann hier ist einer eine blume wo was ist das denn hier gab es irgendwo ein blumenkopf wieso sperma ich habe doch drachen frucht gesagt ja der cooper hat mega eine coole frisur eine mega coole frisur eine mega coole frisur boioioin 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 sind wir jetzt beim vogel angekommen was ist das ich bin stück fleisch mit einem schnauzbart erdbeer pudding so ein cooler vogel man jetzt sind wir in einer geilen kartoffelsuppe ich glaube das könnte richtig geil kommen kein kampf dann wahrscheinlich beim nächsten mal erst ne das letzte also ich weiß noch es gibt nur so einen zweiten bereich hier und da muss man dann irgendwie hoch und gegen ihn kämpfen der vogel heißt jeff gog junger der zuckerberg ist ausgebrochen jetzt gibt es in der im pilzkönigreich endlich auch facebook holly shit war der joke scheiße wahnsinn maiskolben in suppen ist eh immer geil hast du nie geprobiert der war gut actually ach so naja wenn er wenigstens einem überlegt gefällt der joke dann habe ich ja was richtig gemacht ein guess jetzt können wir in bausers land reisen ein moment der kerl hat auch noch ein eigenes land bausers land kommt jetzt diese diese japanese world gehst du schon ohne story fertig zu machen ja ich gehe jetzt gläden gläden Ladini! 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 Hei! Scheiß Heimod. Geist Drachenland? Da ist der Drache, wirklich. Junge, ist der geile Drache. Kalamiert einfach. Mal sehen! Wir wieder schwenken, Kalamda! Das hat geschallt. Ruinenland. Let's go. Ich hab's geahnt. Die Odyssey ist schon wieder beschädigt. Junge, die Schwerter. Hier sind viele Krieger im Kampf gefallen. Im Kampf gegen den Drachen. Viele haben versucht, den Drachen zu bekämpfen. Und jetzt kommt der tapferste und größte von allen. Mario. Super Mario. Junge, er ist so cool, man. wirklich einfach das Geilste an Guns Odyssey. Da ist sie. Ah, okay. Okay. Ich seh's. Ich seh's. Nicht Spoilern. Ich seh's. Okay, ich weiß es schon. Wir müssen die Krone absetzen. Mit der Krone kontrolliert er den Drachen. Der ist so Bausers Krone. Der Drache ist eigentlich wahrscheinlich ein guter, ne? Auch wenn er so böse aussieht. Aber das liegt an der Krone, dass er gegen uns kämpft. Schade. Gehirn ist eine Schwäche. Ich bin genau... Wow. Wow. Ich wollte mir ein Leben holen. Und er schießt genau dahin. Ein weiterer Krieger ist im Kampf gegen den Drachen gefallen. Ein weiterer stolzer Krieger. Mario braucht kein Schwert. Er macht Pazifisten Run. Er macht das, was andere nicht geschafft haben. Andere Ritter. Er bekämpft ihn nicht mit Schwert. Sondern mit seinen Buttcheeks. Ah, der ist schon cool Mann. Der passt so null in Mario rein, aber irgendwie ist ja geil. Ich liebe sein Design Jetzt beginnt der wahre Spam Der war gerade ein bisschen knapp Jo 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 Du hast ne Lichtshow hier Zeit für sein Ende Irgendwie dieser Mond noch im Hintergrund Einfach Demon's Souls Und jetzt streichel ihn Jetzt ist er ein guter wieder Die Krone verloren Jetzt ist er ein guter Jetzt streichel ihn Sag Entschuldigung Mario Die drei Bananas dir verdient Er geht einfach Ohne sich zu entschuldigen Ich muss nochmal kurz hochlaufen Ich will schauen ob er da ist Doch der ist da Er sitzt Junge Ich bin so müde Der hat einfach keinen Unterkörper Er macht sogar das Auge dabei zu So ein dummes Detail Sorry Ich musste kurz testen Rutsch mir doch den Buckel runter Er rutscht er wirklich Ne das ist kein Bad Dragon Das ist jetzt ein Good Dragon Ich bin mir sicher Ich hab ihn gerettet Ich hab ihn befreit Von der Sklaverei Bowsers Er ist nun wieder eine freie Echse Ein Zombie Dankeschön für 16 Monate Ihr könnt jetzt in deinem Lager arbeiten Und Erz zu Metall schmelzen Das wär stark Dann könnte ich mir ne geile Ritterrüstung machen Ich glaub es gab sogar ne Ritterrüstung oder? In irgendeinem Shop Bestimmt sogar in dem Shop Auf der Insel Auf dem Planeten Auf dieser Welt Auf diesem Kontinent Ich hab keine Ahnung Da ist Bowsers Land Hier gab es den coolen Endkampf Mit den Brudels Unerwartet viele Menschen wissen Was ein Bad Dragon ist Ja weil Der Hälfte Der Hälfte im Chat Hier sind Furries Sekiro Musik Das sind Vögel Das ist ein Hinweis oder? Für Münzen? Nicht das was ich erwartet habe Ich will jetzt nicht der sein Aber was ist Bad Dragon? Äh Dildos Zehn brauche ich hier Zehn brauche ich hier Das ist ein riesiger Turm Junge Junge Irgendwie sehen die in dieser Welt irgendwie glänzend aus als sonst hab ich das Gefühl Das ist das Beste an diesen Türmen Da Ja Das sind die Die 재밌ten Vögel Jetzt kann man so boing, 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 boing. Ich liebe die Vögel. Einer der besten Fähigkeiten im Spiel. Chat, was ist so eure Lieblings-Transformation in Odyssey? Schon die, oder? Ich kann auch seitlich machen. Boing, 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 boing. Boing, boing, boing. Boing, boing, boing. Boing, 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 boing. Uh, hier ist doch bestimmt was, oder? Achso, das ist ein Tutorial. Okay, ich dachte, ich kann das Brett umkippen oder so. Boing, boing. Es ist halt einfach ein Samurai-Frosch. Äh, Frosch. Samurai-Vogel. Der macht dann immer so geile Stiche. Boop. Mit seinem Katana quasi. Und klettern kann er auch noch. Cooler geht's doch gar nicht. Sorry, dass meine Kleine gespammt hat. War duschen. Ich seh da nichts. Schade. Wäre lustig, wenn da jetzt wirklich irgendwas wäre. Aber deine Kleine hat nicht gespammt. Sie hat geschrieben. Bestimmt in einem anderen Stream. Habt mir die Bad Dragons mal lang geschaut, denn das ist echt die Sorte Spielzeug, die deine Verwandten nach deinem Tod nicht finden sollten. Und wenn sie es finden, werden sie nicht verstehen, was das ist. Das ist nicht ganz so schlimm. Die werden sie nicht checken. Ah, ich muss ihm auf den Kopf, ne? Oh, wow. Das ist auf jeden Fall ein besonderer Twomp. Ein Stempel-Twomp. Ey, ich krieg's nicht hin, ihm auszuweichen. Wofür! Bi pure Share! Geplatze Punkt, hoi! Hat der Game-Over gesagt, wenn er gestampft? Habe ich gar nicht gehört. Cleverer Bombeneinsatz. Was mein Lieblingsbad-Dragon ist, Kalamed von Dark Souls 1. Der ist ein richtig böser Drache. Aber der ist auch cool. Sickes Design. Grima aus Awakening. Der sieht doch nicht cooler aus als Kalamed, oder? Nee, Midia nicht. Ich mag Midia auch, aber Kalamed sieht schon viel cooler aus. Midia ist kein Stannidrache. Ein Stannidrache, dann aber mit so coolen Strahlen und so. Aber Kalamed sieht schon an sich besonders aus. Nicht wie so ein Stannidrache. Wo ist denn hier ein Vogel? Nicht, dass ich ein Problem hätte mit Stannidrachen, aber... Oder man kann da draufstehen. Okay. Vielleicht sind da unsichtbare Blöcke. Aber ich glaube auch unsichtbare Blöcke muss man auch erst aktivieren, ne? Grima. Grima Awakening. Gibt es denn auch irgendwie normal? Einfach normal? Das ist ja einfach nur ne Schlange. Das ist einfach ne böse Schlange. Ist das nicht eher ein Lindwurm? Okay. Jetzt hören wir nochmal das Game Over. Stimmt. Game. Over. Aber wo sind die Vögel? Oder die spawnen nach der Story? Die Vögel hier. Hey Pizza Cat. Ich mag den Mitsuzun aus Monster Hunter. Ist das ein Drache? Ne. Das ist ein Wibbern. Ein Kampfwibbern oder so. Mein Arsch brennt. Okay. Was kann ich jetzt mit dem Vögel und mit dem Bomben machen? Okay. Stich. 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 Slifer der Himmels, der heißt Drache, aber das ist ja auch, glaube ich, eher ein Lindwurm, oder? Man kann nicht fliegen, kann nicht fliegen, ne? Boing, 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 boing. Nein, ich hab meinen Vogel getötet. Scheiße. Krieg ich einen neun? Ach, da hin. Boom. Alle neune. Tiamat, die Dragon Mommy. Ich kenn nur Tiamat aus Final Fantasy. Wo ist Tiamat ne Dragon Mommy? Boi, oi, 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 oi. D&D, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo kommt das Thema her? Äh, 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 ein Teil meiner aktivsten Zuschauer sind alles Furries. Und Furries lieben Bait Dragons, deshalb kommt das Thema hier öfters mal. Nein, ein Teil. Ja, ein Teil. Ja, ein Teil. Und was? Er hat sich umgedreht. Ist das echt nur so ein Furry-Ding? Du kannst das bestimmt auch als Nicht-Furry benutzen. Da gibt's, glaube ich, kein Gesetz. Ich glaube, du brauchst keinen Furry-Führerschein, wenn du es dir bestellst. Kann ich auch noch Runden bonzen? Furry! Ah, okay, hier ist ein Versteck. Nice. Ich dachte, das ist jetzt echt nur für die pinken Münzen. Blue Spirit, danke schön. Für ein Jahr mittlerweile. Vielen, vielen Dank. Ich kenne Non-Furries. die einen besitzen. Ich glaube, die wollen sich einfach nur nicht outen. Die denken, du würdest die weird finden. Ich mag das. Das hier. Das ist irgendwie nice. Das macht Spaß. Die so wegzuhieten. Konnte man nicht in diese Löcher noch mit dem Schnabel was machen? Ja, man konnte da was machen. Ja, mir fehlt irgendwo noch ein Mond. Ah, da oben. Bahamut ist ein Drache, ja? Sogar ein nicer Drache. Boi Oioong. Boioioioing 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 Wieso reden wir in jedem Stream über Mario streamen über Dillels? Ich weiß nicht, aber irgendwie Mario spornt die Leute hier irgendwie zu horny Talks an. Vielleicht liegt es daran, dass ich die ganze Zeit oben oben umlaufe? Und ich habe gerade gegen einen großen, bösen Drachen gekämpft. Vielleicht deshalb? Konfrontation mit den Broodals. Dann ändere doch Marius' Klamotten. Jetzt können wir mal testen. Nächste Woche laufe ich komplett angezogen rum und dann mal gucken, wie die Kommentare im Chat sind. Die Klamotten spiegeln immer die Themen im Stream. Nächstes Mal habe ich dann irgendwie so ein Clowns-Kostüm an und alle machen die ganze Zeit lustige Witze. Zuschauerzahl sinkt dann einfach. Oder sie steigt sogar. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Themen für viele auch sehr unangenehm sind. Wer ist der Freak denn? Wenn du sehen willst, was da drin abgeht, musst du dich schon mit Märchengabe deinen Klamotten widmen, mein Freund. Du siehst nicht gerade aus wie ein Samurai. Ja, dann sehe ich jetzt aus wie ein Samurai. Sehe ich jetzt aus wie ein Samurai? Muss ich die irgendwo hinstellen? Ah, da unten. Moment. Wieso kriegt der hinten einen Schwanz? Hä? Kannst du eine Tanuki-Anspielung sein? Kannst du eine Tanuki-Anspielung sein? Nehme ich, lass ich durchgehen. Lass ich durchgehen. Lass ich auf die Sonne. Lass ich dasst. Lass ich mit ihnen meinen Kopf. Lass ich? Wir sind das, was ich? Bohr-Bohr-Bohr-Bohr-Bohr-Bohr-Bohr-Bohr! Jetzt lässt er mich da hinten rein. Hallo? Okay, jetzt lässt er mich rein, oder? Jetzt bin ich einer von denen. Jetzt wäre cool, wenn ich jetzt ein Schwert hätte. Ja, wäre cool, wenn das irgendwie so dann sich anpasst oder so, wenn dann irgendwie... Uh, wenn du irgendwie so Klamotten änderst, dass dann irgendwie auch Mario Moves ändert oder so. Zum Beispiel wenn er die Mütze wirft, dann ist das ja so ein Flächenangriff um ihn herum. Und dann fliegt er die Mütze. Und dass er dann bei den Drehungen nicht einfach nur mit seiner Mütze schlägt, sondern jetzt hier in dem Fall mit seinem Katana sich dreht und dann halt dabei die Mütze wirft. Nein! Seid ihr mit dem Bad Tracker angefangen habt, guckt meine Freundin die Seite durch und liest mir die Namen der Dinger vor und ist völlig schockiert. Ich hab keine Ahnung wie die heißen. Ich wusste nicht mal, dass sie besondere Namen haben. Oh, wow! So einfach kann man nun Furries schocken. Die Namen sind nicht so wild, sind halt so normale Fantasy Namen. Okay. Ich dachte, das ist dann irgendwie so ein Bären-Dildo und der heißt dann irgendwie Knut oder so. Ich weiß nicht, ob das makaber oder weird wäre, ich weiß nicht. Juckbo sagt mir gar nichts. Jetzt reden wir ja wieder darüber. Hallo, ich bin Samurai-Chat. Wir müssen jetzt über andere Sachen reden. Wir müssen jetzt über andere Sachen reden. Ja, wir sind jetzt Samurai, jetzt können wir reden darüber. Habt ihr das Buch Dingens gelesen? Habt ihr dieses eine Buch gelesen? Das eine mit dem Samurai. Okay. Wie heißt das? Wie heißt das? Das mit dem M? Genau. Musashi. Das ist ein super bekanntes Buch. Keine Ahnung, was du über Mangas redest. Ich rede über Bücher. Nicht deine komischen Kinder-Comics da. Werde wachsen. Wieso steht der hier? Bestimmt später notwendig, wenn wir die Story hier geschafft haben. Dann ist er wichtig. So, komm runter Ludwig. Langweilig. Lass weiter über Dildos reden. Nein. Imagine. Weißt du? Mario ist hier family friendly und dann sitzen dann irgendwie Leute von euch, die schon Kinder haben. so ein Reva und du denkst dich, heute gucke ich mal den Stream mit meiner Tochter, weil er spielte ja Mario-Spiele. Und dann geht die ganz so, Penis. Denk doch mal an die Kinder. mal ein Stream in der Woche nicht über irgendwas weirdes reden. Oh, er macht was großes gefährliches, was ich nicht erwartet habe, dass er das kann. KABOOM! 10.000 Bits? Wo kommen die denn her? Noch irgendwo eine Sofa-Ritzel gehabt oder was? Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Da mochte jemand das Bildert. Ne, vielleicht mochte er ja auch, dass wir gerade gewechselt sind, dass ich gesagt habe, lass uns über was anderes reden wie Musashi. Oh, das ist genau mein Lieblingsbuch. Hier, 10.000 Bits. Vielen, vielen Dank. Ist dein Stream nicht auf ab 18? Ne, ich glaube nicht. Passt sich immer der Kategorie, glaube ich, an. Aber das ist auch scheißegal. Okay, ich glaube, ich muss die Dinger jetzt zurückschicken. So war das, ne? Genau so. Brrrr! Ich denke hier nicht an die Kinder. Die Erwachsenen mit Kindern sollten an ihre Kinder denken. Und mal gucken, was die Kinder da gucken. Im Internet. So. Ich bin hier nicht der Papa. Ich bin hier der Streamer, der über Dildos redet. Das war schnell. Okay. Ja, ich bin bekannt unter den Mario-Spielern als der Dildo-Experte. Genau. Meine Tochter ist Fan seit Geburt. Yeah! Aber wenn sie ein bisschen älter wird und langsam versteht, was ich sage, solltest du sie vielleicht nicht in den Mario-Streams zuschauen lassen. Ich bin hier zu trás. Is sie smashed? Nee, ich stehe nicht auf Tiere. Sorry. meine tochter nennt sich der mario mann ja ich bin der mario mann ich gucke immer mit meinem dreijährigen der rosin streams ja die rosin streams die sind family friendly und die mario streams zum großteil auch da werden nippel gedreht ich weiß auch nicht wieso chat bei mario spielen so horny wird war der song der war nice mädchen gibt es hier so gar nichts du 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 tool du grim ok dann wird die ausgabe der wakulner Oh, okay, hier ist noch ein Mond. Jetzt gehen wir zum Bosskampf. Wie komme ich hier raus? Gar nicht. Gar keine mehr. Der oben ist irgendwie ein Secret oder so. Dann machen wir auch später, ne? Bin hier schon viel zu lange unterwegs. Oder was heißt zu lang? Nicht zu lang, sondern hab schon viel zu viel mehr gesammelt, als ich eigentlich sammeln müsste. Zack. Stich! Nein! Wow. Nee, also ich hatte noch nie irgendwie Probleme gehabt, dass YouTube etwas entmonetarisiert... wo ich irgendwelche Wörter sage oder sowas. Das ist... Hab ich auch schon oft darüber so nachgedacht. Weil ich zum Beispiel jetzt sehr oft zwischen meinem Sprachgebrauch fuck habe. Und voll viele YouTuber... cutten immer fucks raus. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht nur relevant ist so bei kürzeren Videos oder so. Und bei langeren, längeren Videos checkt das der Filter irgendwie nicht. I don't know. Aber es muss ja irgendwie einen Grund haben, wieso so viele YouTuber immer sowas wie fuck immer rausschneiden. Oh, ich hätte ihn wahrscheinlich benutzen müssen. Er hätte wahrscheinlich mit seinem Stempel hierhin kommen müssen und hier hämmern müssen, ne? Naja. Nein! Nein! Wow. Ich glaube, YouTube checkt Profanity hauptsächlich nur für die ersten 10 Sekunden bis 30 Sekunden. Ah, okay. Wird. Kommst du? Hier. Das ist der falsche Block. Hier. Danke! Game Over! Okay, und nochmal der Spaß. Konnte... Nein! Ich meine mich zu erinnern, man konnte auch mit dem Vögel so einen Spin-Angriff machen. So einen Link-Angriff. Oh mein Gott. Ich krieg... Oh mein Gott. Ich krieg gar nichts mehr hin. Da. Keine Ahnung, wie ich es gemacht habe. Aber es geht! Schnabel raus holen und dann... Ah, okay. Willst du eigentlich alle Munde sammeln? Jupp. Wieso? Willst du, dass der Mario-Marathon endlich endet? Kannst du die Themen hier nicht aushalten? Ja, ich finde den Vogel auch super cool. Er wischt ja. Ich wusste es. Und über welche Themen reden wir dann im Final-Fantasy-Marathon? Ne, darüber haben wir schon auch in Mario gesprochen. Egal, was es ist, es wird ein Monolog sein. Autsch. Autsch. Wie gemein, ne? Ja, ich mache auch keinen Final-Fantasy-Marathon. Das sieht schon echt cool aus. Ja, doch mal. Ne, ich will hier keinen Monolog führen. Alter, sieht schon, sieht schon, sieht schon sick aus. Ich habe gar nicht aufgepasst, aber wieso sind sie hier? In diesem Land überhaupt? Was gab es hier zu holen? Ach, gar nichts. Das ist ja sein Land. Das ist ja sein Land, ne? Das ist ja sein Zuhause. Das ist ja sein Land. their när den 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 der den die Die De ab ihn nein okay, Nummer 1 wow, ich renne einfach rein nicht den Beep, Mats nicht den Beep, Mats schade nee, wir machen kein Kingdom Hearts Marathon erst wenn Kingdom Hearts 4 kommt wir machen ein Souls Marathon schon wieder, er ist schon 2 Jahre her alter Feuerschlangen ja, wir machen Jetzt muss ich hier so klettern Er fällt gar nicht mehr um Nein Nein Oh, noch geschafft Okay, einer noch, ne? Ja, der Grüne, der Luigi Ich meine, an sich schon ein cooler Bosskampf, aber er ist schon echt arschlangsam, ne? Also die Idee ist schon ganz cool, aber Man muss schon lange im Kreis rumlaufen und warten Oh, shit Nein 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 NeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiI Fik, aber jetzt noch sterbe Shit, der Stein ist da hinten. Ich könnte schwören, hier war auch ein Stein. Vögli! So, das war der Letzte. Zwei Hits hintereinander? Aber wie, man fliegt doch immer weg von ihm. Wie geht das? Zwei Hits hintereinander. Geht's jetzt schon zum Finale? Es gibt doch gar keine andere Welt mehr, oder? Ich hab Kiwi auf meinem Handy. Okay, es geht wirklich auf den Mond, ne? Ja, ja, ich glaub auch. Es geht jetzt schon auf den Mond und dann ist da ja Finale, ne? Junge, was waren das? Einfach zwei Frames. Nee, es klebt nicht mehr. Warte, ich hab mich an das Kleben gewöhnt. Der Ballon ist fertig. Ballon, Ballon, Ballon. Okay, das hat ein bisschen in der Nase weh. Es war zu tief und zu vibrierend. Ballon. Aber da ist zwischen unten noch eine Insel. Ich erinnere mich an etwas. Es gab doch noch das Pilzkönigreich als Insel, ne? Das ist das wahrscheinlich da unten rechts, ne? Die kleine Insel. Da wo, wo Peaches Castle steht und so. Das gab's ja hier, ne? Ganz verdrängt. Warum versuch ich das grad nachzumachen? Oh, der Rizzler. Ballon. Sogar der goldene Ballon. Ballon. Heiratet Mario als Bowser, ja. Peach hat ja ganz Zeit Bowser verschleppt und hält uns die ganze Zeit auf. Und jetzt können wir eigentlich Bowser heiraten. Ballon. Alter, auf den Mond. Einfach fein, wenn sie vier. Man hat hier auch so ein bisschen weniger Gravity, ne? Pausers Mondhochzeit. Aber das ist, der ist auch ein King, ne? Also, wie kannst du so ein King sein? Einfach auf dem Mond heiraten. Das ist ja Maximum-Rizz. Ja, das bekommt ich schon mal Elon Musk hin. Ja, wirklich. Ja, was macht der denn da? Und Mario auch nicht. Mondell, ich habe Angst, Nein zu sagen. Vielleicht komme ich nicht zurück. Tja. Gefangen. Das ist die Strat vielleicht vom Bowser. Das ist ja vielleicht die Strat vom Bowser. Hm. Smart. Er springt nicht. Er ist nicht gesprungen. Okay, ich nehme den normalen Weg. Ich versuche nicht mehr zu springen. Wie sprintet man überhaupt denn im Spiel? Einfach beim Endboss. Wie sprintet man eigentlich? Manchmal sprintet er. Ich habe die Kontrolle über Mario verloren. Ich glaube, der kann nur sprinten, wenn er irgendwie nach unten läuft oder so. Aber der macht ja manchmal so diesen Naruto-Run. Ich höre auch voll gerne auf dem Mond. Manche, ich kann irgendwann in meinem Leben auf dem Mond? Werde ich das noch erleben? Dass man auf dem Mond eine Touri-Tour machen kann? Du, ja, ich. Wir halt. Okay, dann halt wir. Okay, was geht denn hier ab? Mondöl im Untergrund. Daran erinnere ich mich ja gar nicht. Stark. Ich bin Knochen-Togen. Wenn du reich bist. Ja, aber die Menschheit war ja noch nicht auf dem Mond. So, wir müssen ja überhaupt erst mal auf dem Mond kommen. Boah, stream auf dem Mond. Okay. 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 Die sind alle voll in Hochzeitstimmung. Die haben sich alle hübsch gemacht. Käse! Ich liebe den Wurm. Schade. Ich wollte ihn austricksen. Ich hatte mal geträumt, dass ich Reise auf den Mond gewonnen habe und bin da mit 30 anderen Personen hingeflogen. Stark! Klingt nach einem geilen Traum. Da ist ein großer Willi. Da waren lila Münzen. Da ist ein großer Willi. Ich habe im Laufe des Marathons immer am Ende des Spielzimmers gesagt, wo ich das in die Liste platziere. Oha! Also es gibt quasi jetzt schon eine indirekte Tierlist. Okay, das ist cool. Wieso kann man ihn nur am Ende spielen? Fuck, kann er springen? Der kann nicht springen. Ah, da oben ist einer. Okay. Welches Vieh sieht cursed aus? Der hier oder was? Das war cool. Uh, ich glaube wir sind angekommen. Die gibt es auch noch. Genau. Jetzt ist mal einen goldenen Hund dabei. Ich bin zwar dein Brut, zu der du im Kaskadenland so umge... äh um... um genau zu sein, was du zu allen brudelst und gebürrlich. Okay. Darum sind wir nun auch alle hier. Nun denn, mein lieber Kettenhund ist hungriger denn je und wartet schon auf sein Abendessen. Und? Hat sie was gelernt? Scheiße. Sie hat sie immer noch nicht gelernt. Okay. Ich habe auch nichts gelernt. Der war schon im Kaskaden golden, aber egal. Ja, wenn es egal ist, dann ist es ja gut. Es hat da oben keinen Checkpoint gehabt. Oder habe ich es übersehen? Warum wabbeln ihre Tüten so? Schwerkraft. 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 Tatsächlich keine Fahne. Schwerkraft. 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 Ne, sie hat keine Lust und Laune hier zu verbringen, aber Bowser hat sie ja hier wahrscheinlich hierhin verdonnert. Dass die hier die Hochzeit verteidigen soll. Die hat wahrscheinlich gar keinen Bock hier zu sein. Loll, das geht. Moment, hat der mehr? Der hat mehr Hüte diesmal, ne? Ja, okay. Ich bin so schlecht. Ich bin so giga schlecht. So, jetzt hält uns nichts mehr auf, ne? Jetzt können wir nicht die Hochzeit crashen. Was ist das denn für ein Licht? Das reflektiert die Erde? Von der Sonne? Oder ist da irgendwie gerade ein UFO? Licht-Kämmü-Kämmung? Ja, finde ich auch. Aber wild, dass Nintendo wirklich denkt, die Erde seine Kugel. Ist wahrscheinlich in Japan so ein Ding, ne? Die Japaner glauben wahrscheinlich an eine Kugel als Erde, ne? Junge, wie hoch! So wie die Australier... So wie die in Australien ihre Weltkarte auf dem Kopf haben, so denken die Japaner... ...deben die Menschen auf einer Kugel. Ich hab's geschafft. Junge, wie hoch er springt. Crash ich jetzt die Party von oben? So, wo ist mein Girl? Niemand schnappt sich meine Girl. Die wird ganz alleine mir. Ich sage nein! Ein Spruch! Dieser Ring... Was macht Pauline hier eigentlich? Die wurden alle eingeladen. Nur ich nicht. Ja. Ja! Ich bin jetzt! Ich bin jetzt! Du! Ja! Du! Hu! Du! Du! Er hat an alles gedacht. Der Mann hat immer einen Plan B. Er hätte eigentlich nicht runterspringen müssen. Hätte er jetzt oben in Ruhe heiraten können. Mario wäre hier niemals rausgekommen. Dummer Bowser. Du wirst ja die Hochzeit platzen lassen, Mario. Das ist scheppig. Du solltest dich schämen. Darüber hinaus bist du nicht schick genug angezogen. Das ist aber auch egal. Du bist nicht eingeladen. Und du machst jetzt mal den Brautstrauß und fliegst raus. Lol. Oh, okay. Oh, okay. Oh. Pup-Pup-Pup-Pup-Pup-Pup-Pup-Pup-Pup-Pup. Ah! Zu früh! Das war's für heute. Das ist ja unfair Das ist ja so Feuerkugeln geflogen kommen Ich muss ihn zum parieren bringen, ne? Ja Na, macht ein Doppel-Di Heilung Oh, Mario Schade Ja, so eine Friese, echt cool Das mag die auch Okay, jetzt weiß ich, wie er funktioniert Aber bringt halt nichts Ja Ist halt am Ende des Tages auch egal Ich will kurz testen Okay Ich will testen, ob ich hier safe bin Weil vorhin sah es so aus, als wäre ich hier sicher Kann ich den kaputt machen? Ja, ich kann die kaputt machen Okay Wieder was gelernt, man kann die kaputt machen Dann habe ich es jetzt geschafft Jetzt kann er gar nicht mehr gewinnen Vielleicht Ja, jetzt Ich kann es nicht mehr Ich kann es nicht mehr Zumindest Ich kann es nicht mehr Ich kann es nicht mehr Es kann ich nicht mehr Da war ein Herz. Und ich wollte das Herz haben, aber das Herz wollte mich nicht haben. Schade. Okay, jetzt. Jetzt weiß ich was er kann, jetzt kann ich ein No-Hit machen. Ey, das zählt nicht. Das zählt nicht für No-Hit, wir No-Hit-Runner zählen das nicht. Das zählt nicht für No-Hit. Ja, wie gesagt, das zählt nicht. Das zählt nicht für No-Hit. Das zählt nicht für No-Hit. Der Miese. Ich hab ihn nackig gemacht. Das zählt nicht für No-Hit. Das sind diese Mondsteine. Jetzt fliegen die. Und siegen. Nachgehört los, der hat keine Mütze an. Er hat Peach gesagt. Habt ihr das gehört? Er hat Peach gesagt. Das erste Mal. Jocho escaped. Der hat nach so vielen Jahren, nach über 20 Jahren hat er ihren Namen gelernt. Jocho. Let's go! Jocho. 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 Ah, das mussten die machen, ne? Du kannst nicht einfach in ein Spiel, wo du alle Gegner übernehmen kannst, kannst du nicht einfach reinbringen, dass du nicht Pause übernehmen kannst. Das mussten die. Das wäre illegal, hätten die das nicht gemacht. Junge. Also, Bowser hat mich so nie angegriffen, obwohl er das kann. Das ist ein Zeichen dafür, dass Bowser eigentlich gar nicht es ernst meint. Ihm macht das Spaß, was er mit mir immer macht. Wenn er mich so angreifen würde, wie ich gerade diese Blöcke angreife. Keine Chance. Das ist so cool, sogar in 2D. Das ist so cool. Das ist so cool. Gut. Dieser scheiß Sorge, einfach Sonic. Drop it! Das war's für heute. Oh! Haben die jetzt Lochen in den Mond gemacht eigentlich? Neue Bibi! Die haben sie jetzt quasi aus dem Mondinneren rausgebuddelt. Oh! 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 Junge, pack die Feuerblumen weg! Oh! 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 Elf an den Bruder! Oh! 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 Das ist erst der Beginn des Abenteuers eigentlich Wir müssen das alles nochmal machen mit Luigi, Rosalina Toad, Quapuzzi und Sushimahu Toad, Quapuzzi Juri, das Schiff Auf einmal ein Peach-Schiff geworden Na, wir werden keine 12 Streams brauchen Wo es auf der Liste ist? Schwierig Also es war auf jeden Fall schon mal kein Bowser's Fury Bowser's Fury war zu cool Ich denke mal Platz 3 Platz 2 ist der SMB Bosses Fury ist mein Lieblingsteil geworden Ja, der war sehr cool Der hat mich im Marathon am meisten geflasht Das Game ist hier tausendmal besser Ja, dann mach doch deine Scheißliste So Das ist meine Scheißliste, okay Du kommst nicht in meine Liste rein Ja, wir machen alle modisch Ich will das schwere Level am Ende machen Das hab ich niemals gemacht Also ich hab Wanda noch nicht gespielt Aber Bowser's Fury ist halt wirklich Mario Peak Mario Peak Du kannst nun zum Pilzkönigreich Die letzte Map Was war das denn für ein Teaser? Ja, diese Blöcke kann man ja glaube ich jetzt überall auf der Welt kaputt machen Die waren ja vorher überall auf der Welt verteilt Aber man konnte damit nichts machen Und jetzt kann man da hingehen Und sie kaputt machen Und dann kommen da neue Sterne raus oder so Neue Monde Ja, ne, das ist crazy Das Spiel ist schon fucking sieben Jahre alt Mir kommt's dir vor Odyssey ist vor ein paar Jahren rausgekommen Aber die Switch ist ja auch schon sieben Jahre alt Wird jetzt acht Jahre, ne, im April oder so So ruhig, so friedlich Als wäre unsere Reise zum Mondland nur ein Traum gewesen Zum Glück war das alles kein Traum Denn wir haben unsere liebe Freundin und Peach gerettet Okay, ich hab keine Ahnung wie die heißt Dieser Albtraum ist jedenfalls vorbei Wir können echt stolz auf uns sein Und doch, ich habe unser Reisental genossen Und ich möchte nicht, dass schon alles zu Ende ist Es gibt da noch etwas viel zu tun So viele Hüte, die du noch treffen musst Ich wette, wenn wir noch mehr Power Monde sammeln Können wir zu einem neuen Ort Aber es gibt noch einen Ort Unsere Reise ist also noch längst nicht vorbei Hurra Lass uns erstmal in den Pilzpalast gehen Sie heißt Tiara Wow Wow Ja, es fühlt sich echt komisch an Darüber nachzudenken, dass die Switch dieses Jahr Acht Jahre alt wird Es fühlt sich gar nicht so alt an Oh nein, da ist Luigi Ich hab Luigi entdeckt Oh nein Also ich muss sagen Also jetzt generell, wieso das auf Platz 3 ist Ich hab immer gesagt Ich hab immer, wenn Leute Oh nein Ich hab immer, wenn Leute gesagt haben Boah, das ist ja voll scheiße Dass es so viele Monde gibt und so Ähm Und ich hab immer gesagt Mich hat's nicht gestört Aber jetzt beim Replayen Muss ich sagen Finde ich das schon ein bisschen lästig Vor allem, weil halt Wirklich ein Großteil der Monde Nicht wirklich irgendeine spannende Aufgabe ist Sondern Einfach nur Ja, vorbeilaufen Mitnehmen Irgendwie Es ist irgendwie Ich hätte das irgendwie spektakulärer in meinem Kopf gehabt Als ich das Das erste Mal gespielt habe Aber jetzt beim Beim Neuspielen ist irgendwie Stimmt schon eigentlich Es gibt schon echt Nicht Also Nicht so viele Monde Die irgendwie cool sind Also viele Monde sind halt wirklich Immer das gleiche machen Und das ist dann Hier und da ab und zu mal ein bisschen so Ein Downer Ein bisschen nervig Hallo Der ist ein Moped Und das war für mich so ein bisschen Downer Ich mag Ich liebe das Moveset von Odyssey Ich finde die Idee Die viele neue Ideen Die hier reingekommen sind Finde ich sehr sehr cool Aber ja Das Sammeln Ist am Ende dann doch nicht so Krass spaßig Wie ich das in Erinnerung hatte Deshalb nur Platz 3 Nur Platz 3 Sind wir noch sehr weit oben Okay Sind wir noch sehr weit oben Kann ich damit fahren Ich kann damit fahren Weißt du ob ich damit fahren kann Scheiße Thank you Pero ich habe Ich hoffe Ich bin Ich bin